Ja, das war relativ schamlos. Wir haben da auch mit Scham gearbeitet. Wir sind an die Grenzen gegangen. Wir haben das einfach fallen gelassen. Man ist nur mit Unterhose und quasi nackt auf die Bühne gekommen. Ja, ich war sehr nackt. Ja, ja. Man konnte sich hinter diesem ganzen Brimborium verstecken. Man war nicht man selber. Bei In der Natur war ich zum Beispiel auch sehr unsicher, weil das einfach kein Hit ist. Das ist einfach eine weirde... Total weird. Ich war auch weird berührt davon, ja. Weird berührt? Danke. Es gab mal ein Hotel in Arosa in der Schweiz. Die haben dann irgendwann dieses Hotel abgerissen und haben das so eine Abrissparty genannt. Dann haben wir dann im Foyer gespielt. Die Gäste haben das so ernst genommen, Abrissparty, dass die dieses Hotel komplett auseinandergenommen haben. Also die haben wirklich auch so alle Fensterscheiben eingeschmissen. Gott, alle Räume zerstört. Aber die Besitzer waren richtig schockiert. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Philipp Grütering von Deichkind. Deichkind ist, ja was eigentlich? Eine Band? Ein Kollektiv? Ein Phänomen? Ein Dauerzustand? Bestimmt kennt ihr ihre großen Hits? Remmidemmi? Leider geil? Arbeit nervt? Wer sagt denn das und bückt dich hoch? Wer Deichkind live erlebt hat, wird es nicht vergessen. Also ich habe es nie vergessen. Und ich habe sie schon sehr, sehr oft gesehen. Deichkind haben 1997 als klassischer Hamburger Hip-Hop-Act angefangen, sind aber schon nach zwei Alben zu freigeistig gewesen, um in dieser Schublade zu bleiben und haben dann ihre ganz eigene Schublade, wenn nicht sogar ihren eigenen Schrank erfunden. Philipp und ich sprechen über die Notwendigkeit dieser Befreiung und wie daraus die unverwechselbaren und seltsamen Deichkind entstanden sind. Er erinnert sich an legendäre Abrisspartys, aber auch an die tragischen Momente der Bandgeschichte. Wir schauen hinter die Kulissen, sprechen über die Balance zwischen Kunst und Dienstleistung und anstrengende Entscheidungsfindung. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Philipp Grütering. Da muss ich auch mal sagen, Respekt an alle Podcasts. Einmal in der Woche machst du das? Ja. Das ist echt eine unglaubliche Arbeit. Es macht natürlich auch Spaß, wahrscheinlich stellenweise bis zum Flow, aber es gibt dann wahrscheinlich auch Gäste, wo du denkst, oh Gott, okay, jetzt ist nochmal eine Frage und dann wird es zur Arbeit so. Kenne ich gar nicht. Okay. Null. Aber du bist dann ja auch Podcaster geworden. Ich denke mal, Olli und Jan sind wahrscheinlich auch, die können das einfach auch irgendwie. Die bereiten sich natürlich auch vor, aber das ist einfach auch deren Ding. Ich glaube auch, man merkt das ja auch. Also bei den so erfolgreichen, gerade so diese Duo-Sachen, man hört einfach, dass die das gerne machen und auch, man hört auch manchmal, dass sie gerade eine Zeit haben, wo sie es irgendwie nicht so gerne machen. Und irgendwie ist man ja so dabei, finde ich auch so bei so einer Entwicklung. Ich mag das auch. Ich bin aber inzwischen so ein bisschen eher wieder mehr bei Interview-Podcasts, als ich jetzt so labere Podcasts. Mir ist es dann manchmal so ein bisschen zu … Ja, man kommt manchmal weg. Man hat dann andere Sachen und dann kommt man wieder rein. Und genau. Also manchmal, das war dann auch, dass die Nummern von uns dann in ihre Playliste reingemacht haben oder uns auch erwähnt haben. Und dann kommt man natürlich wieder rein. Das hört man doch gerne auch. Hört man gerne, genau. Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich auch sagen. Das finde ich auch wichtig, jetzt gerade bei so bei der ganzen Pandemie und Arbeit, die wir gemacht haben, mal so in die Öffentlichkeit zu kommen und mal wieder so Feedback zu bekommen. Das ist super wichtig, auch dann gutes Feedback zu bekommen aus der Branche von Leuten, die auch selber Musik machen und die dann sagen, hey, was ihr da wieder gemacht habt und toll und wie viel Arbeit da drin steckt und so. Und dann sagt man auch, Dankeschön. Ich hätte gar nicht gedacht, dass dir das so wichtig ist. Also ein Teil von mir sagt, ja, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Aber ich habe das jetzt gemerkt und auch mich damit eigentlich auch so ein bisschen auseinandergesetzt, dass ich das auch annehmen muss für mich, damit es mir auch besser geht. Was meinst du denn? Ich bin jetzt, ich habe das, eine Zeit lang habe ich immer das abgetan. Da habe ich immer gesagt, ach, das ist mir egal, was andere Leute sagen. Und mich so ein bisschen beschützt davor auch, so vor schlechter Kritik quasi. Also ich habe mir dann auch nicht jetzt Sachen reingezogen, was Leute unter den Videos bei YouTube geschrieben haben oder so. Immer dann erst später, als ich gemerkt habe, das sind eigentlich nur gute Kommentare. Und dann habe ich mich so langsam da reingearbeitet. Und, aber jetzt, ich nehme das bewusst an. Also gute Kritik ist, die sage ich, ja, danke, das nehme ich mit auf. Das nehme ich mit. Und gibt es denn aber Leute, die Deichkind doof finden? Oder so schlechte Kommentare? Also ich habe jetzt in der Vorbereitung auch nicht so groß. Es gibt Leute, die ignorieren das. Für die ist das egal. Also so, das glaube ich. Aber es ist dann schon respektiert, was wir machen. Das ist Quatschkram. Und für einige Leute ist das so, ja, das ist nicht so mein Ding. Aber ja, das ist schon interessant so. Aber das ist so das Einzige, was es so gibt, dass einen das nicht interessiert. Und das ist auch, ja. Ja, ich finde aber so wirklich Respekt, das trifft das eigentlich am besten. Es gibt eigentlich so ein, in der Kunst gibt es dann irgendwann, gibt es so einen Punkt, wo man einfach sagt, es ist die Erhaben über allem. Also ich finde es in Deutschland, da geht es auch so, Rammstein ist irgendwie Erhaben über allem. Mittlerweile, da ist auch, spielt auch gar keine Rolle mehr. Sondern einfach, da kann man einfach nur noch sagen, okay, ist wie so ein Denkmal. Ich finde, ihr gehört da auch dazu, die Ärzte, die Hosen. Das sind so, das spielt einfach alles Rockbands. Ja, aber so in dem Hip-Hop-Bereich oder Techno-Bereich, in diesem Querschnitt, wo ihr so seid, gibt es das nicht so, glaube ich. Vielleicht, ja, das weiß ich auch nicht. Ja, also wir haben bei der Platte. Seed, vielleicht noch. Ja, Peter Fox auch. Wir haben uns vor allen Dingen auch bei der Platte jetzt das erste Mal wirklich dafür entschieden. Ich war immer derjenige, der gesagt hat, wir müssen unbedingt eine erste Single machen, die knallt. Und auch bei der Album-Produktion immer lange danach gesucht, was könnte jetzt ein Single sein und was ist jetzt ein Hit. Und diesmal frustriert mich dann auch in der Zeit, auch wenn wir es, dass wir es nicht haben. Und diesmal haben wir es wirklich so gemacht, dass wir uns als Band wirklich entschieden haben, zu sagen, wir veröffentlichen jetzt Nummern, wo wir drei Daumen hoch sagen. Also Henning, Porky und ich. Und das ist manchmal ziemlich schwierig, das zu finden. Und bei In der Natur war ich zum Beispiel auch sehr unsicher, weil das einfach kein Hit ist. Das ist einfach eine weirde. Total weird. Ich war auch wirklich weird berührt davon. Weird berührt. Danke. Das meinte auch einer, ein Interview haben wir auch gegeben, meinte auch, er hatte mit einem Kollegen gesprochen, meinte so, ja, Deichkind, das ist ja auch eine seltsame Band. Es ist auch super seltsam. Und das hatte mich, erst mal hat mich das getroffen. Und dann, also ich würde dich nicht, aber es ist natürlich seltsam. Genau, und mich hat es getroffen und ich habe darüber nachgedacht und ich habe eine Nacht darüber geschlafen und dann habe ich gedacht, ja nee, ich muss das wirklich zugeben, wir sind seltsam. Und das ist aber auch unser Alleinstellungsmerkmal und das ist, da habe ich auch lange dran gearbeitet. Also ich habe immer nach Dingen gesucht, die seltsam sind. Also ich habe nie nach Dingen gesucht, die jetzt, wir haben natürlich auch so mal so eine Nummer wie Luftbahn gemacht oder auch Bück dich hoch, ist ja auch jetzt wirklich eine reine Bumsbude, so erste allgemeine Verunsicherung, Hit, was mein Onkel mitgekriegt hat, so der sich überhaupt nicht dafür interessiert, was ich mache. Genau, seltsam. Und das fand ich dann irgendwie, das hat mich auch noch mal bestätigt in dem, was wir machen. Ich bin ja so ein unglaublicher Zweifler in dem, was wir machen oder was ich auch in meiner Kunst mache. Und ich habe jetzt einfach mal angefangen, an mich zu glauben und haben gesagt, wir machen jetzt mal diese weirde Nummer, die wirklich stark ist, also die wirklich uns alle auch auf eine Art, die für uns alle rund war. Also es hatte, es hatte diesen Jodler, das war was ganz Kryptisches, das war doll und anders, das ist auch immer wichtig und dann den Inhalt, der war auch, war auch gesetzt, da hätten wir acht, neun, zehn Strophen schreiben können. Und dann hatten wir diesen, diesen letzten Teil, diesen apokalyptischen Akkordpart hinten, der war auch noch mal, auch noch mal so ein Bruch und auch ein Bruch mit dieser klassischen Single und deswegen, ich habe mir den Knien geschlottert, so, aber es hat sich irgendwie dann doch mittelfristig sehr gut angefühlt. Warum ist dir das jetzt gelungen und früher nicht? Ich habe sehr viel an Erfolg gedacht, das müssen Leute verstehen und mitkriegen, das muss auf eine Art Mainstreamig sein, obwohl ich es eigentlich nie so richtig hingekriegt habe, weil ich ja immer diesen Weirdo in mir drin hatte oder dieses Freie, was wir auch nach dem zweiten Album zelebriert haben und das habe ich immer versucht zusammenzubekommen, diese Deichkind-Welt, diese weirde Deichkind-Welt mit Hip-Potenzial quasi. Wir haben ja auch zwei Platin-Alben gemacht, die dann, das hat dann wirklich auch funktioniert und. Konntest du dann so einen Haken dahinter machen, zu sagen, ich habe mir das vorgenommen, set and done? Das ist genau, das ist nämlich der Punkt, das ist dann an mir so ein bisschen dran vorbeigegangen, ich habe sehr hart gearbeitet und sehr stark daran gearbeitet, da viele Platten zu verkaufen, viele Tickets, mehr Leute kommen und irgendwie war es dann so Platin-Status und auf eins in den Charts und es hat mich eigentlich gar nicht so richtig berührt. Das war dann doch nicht so, wo ich dachte so, yes, jetzt kann ich mich hinlegen, jetzt habe ich alles geschafft, was ich machen wollte, sondern es war so weiter, weiter, weiter. Und das ist auch ein Energieverlust auf eine Art, also langfristig, wenn man wieder ein Album macht und wieder ein Album und das ist jetzt mittlerweile das achte Studioalbum, was wir gemacht haben. Und da muss man schon mal andere Register ziehen auf eine Art, so für sich auch selber, dass man das eher für sich macht und nicht für die Leute da draußen. Und man denkt vielleicht auch ein bisschen, das ist selbstverständlich, dass man das für sich macht, als wenn man das, wenn man uns von außen betrachtet, das sind ja Künstler, die haben ihren eigenen Kopf und haben sich dafür entschieden und sind diesen Weg gegangen. Aber für mich war es dann doch auch immer, ja, harte Kopfarbeit, da Entscheidungen zu treffen und die richtigen Raps zu schreiben und die richtigen Beats zu machen und so. Aber auch Beats und Raps für andere zu machen eigentlich nochmal mehr? Nee, nicht für andere, aber ich meine, die ersten beiden Alben waren ja wirklich so, dass wir so handwerklich sehr in diesem, wie sagt man, so Golden Era Hip-Hop Genre, so DJ Premier und De La Soul, die jetzt auch gerade ihr Archiv bei Spotify hochgeladen haben, endlich, so den Sound, wir wollten es genau so machen. Das heißt, das war ich gar nicht so, das war eigentlich im Grunde so ein handwerkliches Lernen, die ersten beiden Alben, wie man Musik macht eigentlich. Ihr habt euch, also du bist ja als letztes zu dem Ursprung von Deichgän dazugekommen, also es gab quasi schon die Sebi, Malte und… Nee, es gab Buddy und Malte und Tobias Quarte, der ist relativ früh rausgestiegen, Buddy und Malte und die sind zu mir gekommen, zu dem, ich hatte damals bei meinen Eltern unten im Keller einen Raum mit so Eierbechern. Also du hast schon Musik gemacht? Ja, ich hatte mit zwei Kollegen zusammen, wir haben schon Musik gemacht, wir haben eine Werbung gemacht und da konnten wir uns einen Computer von kaufen und einen Behringer Mischpult und einen Sampler. Wie alt warst du da? Da war ich, das war schon, wie alt war ich da? Das ist eine gute Frage. Das war Anfang 20, 22 ungefähr. Das war schon klar, dass du Produzent, Musiker bist? Nee, ja, nee, 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 noch gar nicht. Also ich habe Abitur gemacht und wollte dann noch studieren. In Hamburg-Bergedorf, in der Hansa, am Hansa-Gymnasium. Woher weißt du das denn? Das habe ich. Aber kennst du das oder? Nee, ich habe mir das angeguckt. Achso, okay. Es klang so, als ob du da jemanden kennst, der da war. Nee, dich kenne ich. Genau, und da hatte ich, ich habe schon so Musik nebenbei gemacht, mich sehr stark dafür interessiert, aber ich habe es nie als ein berufliches Ding gesehen. Also es war Hobby? Ja, absolut. Ich fand es super spannend, Platten zu kaufen und neue Musik zu hören. Ich hatte dann so zwei Plattenspieler. Und dann hat sich ein Freund von meiner Schwester, der ungefähr zehn Jahre älter war als ich, und der hat sich mir so ein bisschen angenommen. Der hat mir so Drumcomputer hingestellt und gesagt, hier probiere doch mal aus. Der hat das gesehen, dass ich mich so für Musik interessiere. Und ich habe diese SP-1200, ich habe die total gefressen. Da konntest du so Samples schneiden und Beats sequenzen. Also du warst vor allen Dingen dann Producer eigentlich. Genau, genau. Das ist mein Ding gewesen. Also gar nicht Texte schreiben. Das war so das, was man noch machen muss dazu, weil sonst macht man nur Instrumentals. Und der hatte mir auch, der hatte mir eine Werbung klar gemacht. Da musste für Langnese, da musste gerappt werden auf Deutsch. Und der hat jemanden gesucht, der das macht. Und der hat mich gefragt und meinte, ja, ich kann das so. Ich kann rappen, hast du gesagt? Ja, ich hatte, ich habe da auch schon angefangen zu rappen. Ich habe das auch schon, genau. Ja, klar. Also ich habe das schon gemacht, so auf vier Spur und so. Und das war häufiger noch auf Englisch und so. War das dann so ein Cryptic Joe oder wie war das? Nein, überhaupt nicht Cryptic Joe. Das war, das ist... MC Philip oder... Nee, ich hatte, ich hatte da gar kein Synonym so richtig. Das habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Genau. Und da, dann hat er gesagt, du musst jemand rappen. Und dann haben wir für diese, für diese Werbung haben wir damals, ich weiß gar nicht, ob das Marc, war das... Man muss Marc. Wann war der auch? Ja. In 99 muss das, also 97, sowas in der Richtung. Das war noch Marc. Und da haben wir, das war eine Langnese-Werbung, und da haben wir 20.000 Mark bekommen für dieses. Also ich sollte diesen Song produzieren, Rap aufnehmen, selber schreiben. Und ich konnte, ich wusste gar nicht, wie das geht. Und ich habe das, ich habe zwei Kollegen gefragt, Markus Borsch und Henrik Menzel, die auch, die auch dann später auch, die auch immer noch Musikproduzenten sind. Habt ihr nicht Lust, mit mir zusammen sowas zu machen? Und die, das waren so Funk, Soul und Jazz, Gitarristen und die haben sich für Rap überhaupt nicht interessiert. Das fanden die völlig so, Rap, ist das denn so irgendwie voll doof eigentlich fast? Und da habe ich die gefragt, die meinten, ich gebe Geld, und die so, ja klar, cool. Und wir haben das produziert, und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie in ein professionelles Tonstudio gehen. Und dann waren wir in zwei Studios, einmal in Rheinbeck und einmal am Berliner Tor, und haben zusammengerechnet Rechnungen von 17.000 Mark bekommen. Und wir waren halt totale Greenhorns, wir hatten halt überhaupt keine Ahnung, was, wie das geht und was, wie das funktioniert. Auf jeden Fall für 3.000 Mark und haben uns dafür dann dieses Behringer-Mischpult, diesen Sampler und den Computer gekauft. Und dann konnten wir, hatten wir quasi ein Studio eigentlich. Und das war dann im Elternhaus bei dir zu Hause? Genau, genau, das war bei meinen Eltern unten im Keller. Und da kam, und ich kannte Buddy und Malte, ich kannte Buddy vom Skateboardfahren früher, der hat auch schon so, der hat sogar schon mal eine Platte veröffentlicht mit so einer Britcore-Band. Und, aber wir kannten uns Lose. Und der ist dann irgendwann zu mir gekommen und ich habe so ein Projekt, das heißt, das heißt Deichkind, mit Malte Pitner zusammen. Ich kannte ihn noch gar nicht so richtig gut so und, und ich habe mir das angehört, das waren drei Nummern und richtig so mit so einer, mit so einer Klarsichtfolie und so einer Biografie und also richtig so für eine Plattenfirma aufbereitet. Und ich habe, ich habe das Demo gehört und war völlig fasziniert. Also ich fand es richtig gut und habe dann eine Nacht drüber geschlafen und habe gesagt, ich muss die fragen, ob ich, ob ich da Bandmitglied sein darf. Und dann habe ich die dann gefragt und so aufgeregt, ob die das, und gedacht, hoffentlich sagen die nicht nein. Und die meinten so, ja klar, cool, mach mit. Und dann der Rest, Geschichte. Tschüss, schön, dass du da warst. Ja, aber hast du, welche, welche Position hattest du dann in dieser Urbesetzung? Also warst du dann der Produzent am Anfang oder warst du dann schon MC? Also wir haben uns ja ein paar Jahre später kennengelernt, da warst du ja aber dann hauptsächlich eigentlich vorne am Mikrofon. Ja, ja, wir, wir haben das, wir haben uns so, wir hatten natürlich, unsere Vorbilder waren natürlich sowas wie die Brote oder Dynamite Deluxe und die Beginner und Doppelkopf und so. In der Hamburger Zeit gab es sehr viele Bands, die mit mehreren MCs und Beats produzieren und wir waren alle an allem interessiert. Und ich kam natürlich von diesem Sampling und Beats programmieren und editieren und Rap war wirklich dann auch unter uns auch so Competition. Wir waren alle sehr engagiert, also alle auch im Beats programmieren und im Rappen und Aufnehmen. Also untereinander heißt innerhalb der Band. Innerhalb der Band und Malte war zum Beispiel sehr talentiert, der konnte sehr viele, der konnte sehr viele US-Rapper nachmachen, also Busta Rhymes oder Craig Mack oder das konnte der so, der hatte das einfach drauf. Der konnte auch Klavier spielen und Gitarre spielen, Harmonie abfolgen und Songwriting und Country und, und da war die Messlatte sehr hoch. Also der hat, der hat 16 Bars gedroppt und dann war so, okay, jetzt bin ich dran, jetzt sind meine 16 Bars kommen dann nach der Hook. Und da musste man sich irgendwie ranhalten. Und deswegen sind häufig auch auf den alten Alben sind häufig Malte-Strophen vorne und dann kommt meine und dann kommt Buddy-Strophe. Das war dann sozusagen, also du warst zumindest der Zweitbeste in der Woche. Ja, das will ich nicht sagen, nein, ich habe letztens auch tatsächlich mal vom Freund so ein Demotape zugeschickt bekommen, was bei mir verschollen war, so 20 Skizzen von Deichen, bevor wir irgendwas veröffentlicht haben und das war eine krasse Zeitreise. Das war Wahnsinn, das zu hören nach 20 Jahren und ich diese Nummern 20 Jahre nicht gehört habe. Was waren das für Themen, über die du da gehört hast? Irgendwelche Representer, irgendein Kram, irgendein Rap-Kram, das ist Hauptsache, das reimt sich und ist Party und Bier trinken und Weed rauchen. Und warst du so? Also warst du selber so ein Party-Bier trinken-Typ? Also ich meine, das eine ist ja so im Keller produzieren, das ist ja eigentlich auch immer ein bisschen nerdig. Ja, nee, ich hatte, nee, ich war, ich bin eigentlich bei meinen Eltern, das war ziemlich partymäßig da. Also da waren viele Leute sind da ein- und ausgegangen, auch Freunde von meiner Schwester waren da sehr viel und Freunde von mir auch. Das war so ein Bergedorfer Zentrum, die Küche meiner Eltern. Ach, wie cool. Ja, total. Das erzählen Leute heute auch noch so, dass sie sagen, Mensch, bei deinen Eltern, das war immer so, die waren so offen. Waren die sehr liberal die ganze Zeit? Ja, genau. Ja, klar, die waren auch insofern liberal, als dass ich das mich überhaupt getraut habe, jetzt zu sagen, nee, Leute, ich exmatrikuliere mich jetzt hier, ich mache jetzt Musik, ich mache jetzt, ich bin jetzt Rapper. Ja. Aber du hast mal über deinen Vater gesagt, dass der eigentlich sehr, sehr leistungsorientierter Typ war. Nein. Nein? Nein, das habe ich nie gesagt. Dann habe ich das falsch verstanden. Leistungsorientiert war ich dann irgendwie. Vielleicht warst du ja. Nee, was hat er gemacht? Er hat, was habe ich irgendwo aufgeschrieben? Maschinenbauingenieur. Genau, der war Bauingenieur, genau. Und deine Mutter, was hat die gemacht? Die war Hausfrau. Ja? Ja, die hat, die hat auf uns aufgepasst. Und dann war sozusagen bei euch zu Hause immer so ein bisschen Halligalli und Leute kamen gegen. Sehr viele, sehr viele Junge, sehr viele auch im Alter meiner, meiner Eltern und das war wirklich sehr, sehr, sehr fidele Runde da, muss ich sagen. Also das, und da finde ich das eine interessante Frage, dass du sagst, ob ich so ein Typ gewesen bin und ich habe das immer genossen, mit vielen Leuten zusammen zu sein. Aber natürlich bin ich auch dann wiederum ein weirder Frickler, der im Keller sitzt und alleine sein muss und Beats zusammen fummeln muss und Sachen macht, die irgendwie gar keiner so richtig geschnallt eigentlich. Also diese beiden, auf der einen Seite viele Leute gerne schön, ein bisschen Party und auf der anderen Seite aber auch diesen Rückzug braucht, Tür zu und. Könnte man so sagen, das ist heute noch so, wenn wir, wenn ich mit Porky und Roy zusammen, wir jetzt in der Pandemie uns ein Ferienhaus in Brandenburg mieten, um da zu wirklich mal intensiv zusammen zu kommen und nicht nur drei Tage in der Woche, dass ich dann auch Zeiten habe, wo wir zusammen wirklich intensiv zu dritt abjammen und free sind. Aber auch dann, wo ich mal, wo wir mal die Tür zumachen und ich alleine irgendwas mache oder mal spazieren gehe oder Eis baden in der Ostsee oder. Ah, bist du schon soweit? Nee, ja, ich habe das mal im, wir waren mal im Februar, das war so hart, aber ich habe es gemacht. Geil. Ja. Und wie ist aus dieser Keller, Keller-Hip-Hop-Kombo dann so die Deichkind geworden, die ich kennengelernt habe? Ich glaube, wir haben uns so zwei, drei, würde ich sagen, auf Festivals kennengelernt damals. Du mit Virginia jetzt, ne? Genau, und ich weiß noch, dass, ich glaube, es warst du und Malte uns einte so ein bisschen, wir waren so in meiner Wahrnehmung so eher so die zweite, dritte Reihe in dem, was so, also in Hip-Hop war es irgendwie, waren es eben die Brote, Beginner, bei der Gitarrenmücke waren es irgendwie, wir sind Helden, Sportfreunde und wir waren so die Nachmittags-Acts. Und hatten ein paar Mal so, und ihr wart immer sehr, sehr ironisch, lustig, also ich erinnere mich auf jeden Fall, das ist irgendwie immer eine, wir hatten so ein paar Bands, die musikalisch nichts mit uns zu tun hatten, For Lin war auch eine, das weiß ich noch. Das kenne ich auch. For Lin war so eine, ja, so eine Hardcore, Such-a-Search-mäßige Band irgendwie und es gab so ein paar Acts, die wir immer gerne gesehen haben, weil die irgendwie lustig waren und ihr wart auf jeden Fall auch ein Teil, ihr habt euch aber auch über uns lustig gemacht, wie über euch. Und es war aber so ein bisschen nicht das, genau, es war so nicht im Zentrum, aber man war so dabei, wir waren so auf Festivals. Ja, es war ähnlich tatsächlich. Ich habe auch Virginia jetzt, habe ich tatsächlich auch nie richtig verfolgt, weil ich war ja auch immer so ganz krass so gegen Gitarren. Das weiß ich noch, darüber habt ihr euch immer lustig gemacht, ja, das stimmt. Ne, was heißt lustig gemacht? Aber so Gags, also gute Gags in einem schönen Austausch. Ja, ich glaube auch, also es war einfach, aber du hast recht, es war, wir waren da auch zweite Reihe, wir waren auch so ein bisschen zu spät. Das war die Brote und Dynamite Deluxe, die waren halt on und die Beginner und so, die waren halt richtig large und wir hatten immer das Gefühl, dass wir nicht dazugehören. Dass wir immer, also wenn man jetzt rückblickend denkt, würde man Deichchen und Bon Voyage und so da zu diesem Hamburger Hip-Hop definitiv dazuzählen. Aber gefühlt waren wir so die Bergedorfer, die so krass, die aus Eppendorf und Eimsbusch, heftig und so und da kommen wir nie ran und so hatte ich das. Aber es gab damals ja auch schon so eine leichte Distanz, also wenn man sich so die Fotos von damals ansah, die meisten von euch, die meisten Hip-Hop-Acts hatten natürlich, haben auch genau, sahen so aus wie Hip-Hop-Acts. Und wenn man euch gesehen hat, dann gab es dann auch so mit, fast schon verkleidet, also nicht so Baggy-Sachen und so weiter, sondern ihr wart irgendwie anders DJ Phono auf der Bühne im Liegen aufgelegt. Also so auch sich irgendwie schon sehr früh verweigert. Wir hatten auch einmal, das fand ich richtig gut, da sind wir beim Wutz-Rock-Festival aufgetreten und da hatte DJ Phono irgendwie einen anderen Job oder ich weiß es gar nicht, wir hatten auf jeden Fall keinen DJ. Und dann haben wir den Vater, einen Freund von mir, der so über 70 schon war, gefragt, ob er sich nicht im Ohrensessel hinten hinsetzen kann auf die Bühne und da kriegt er so einen CD-Player hingestellt und ein paar Zeitungen und einen Drink und dann kann er sich da hinsetzen und immer einfach einen Track weiter skippen, Herr von Soden hieß der. Und er hatte auch noch, er hatte auch einen Bandscheibenvorfall, wir mussten den so dahin tragen zur Bühne. Ja, ich weiß nicht, also wir hatten einfach, ich glaube, wir haben zwar schon versucht da hinzugehören zu dieser Szenerie und das auch so dem auch zu entsprechen und auch die richtigen Samples zu benutzen und den richtigen Flow und das genauso zu machen. Aber ein großer Teil von uns hat es auch eher zu anderen Dingen gezogen. Also wir waren ja auch, Malte war zum Beispiel auch einer, der hat Punk gemacht mit Porky zusammen, der hat auch eine Funkband gehabt mit Bläsersätzen und Arrangements und so weiter. Und wir waren in Bergedorf dann doch eher so auch an anderen Genres interessiert und waren nicht so verbohrt in diesem, das muss jetzt genau dieser Schule entsprechen. Ich hatte da, wir sind dann ja auch mit der dritten Platte wirklich auf so hausige Techno-Sachen gekommen, die für mich erstmal total schwierig waren, weil ich mit Techno eigentlich überhaupt nichts am Hut hatte. Ich habe Haus gerne gehört, ich habe das auch mal versucht mal zu machen, aber so richtig Bock hatte ich da eigentlich nie so richtig drauf. Wie ging dieser Transfer, also von dieser einen, also ich mochte nur noch fünf Minuten Mutti total gern. Ich habe die Platte richtig oft gehört damals und dann das erste, was ich gehört habe, war Electric Superdance Band. Wir waren ja dann auch zusammen beim Bundeswischen Song Contest, da habt ihr das Glied performt. Ach, da wart ihr auch? Wir waren zusammen da, ja. Welchen Platz habt ihr da gemacht? Wir haben sieben, irgendwie sowas. Okay, das habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Ja, ich habe das total noch, ich weiß auch noch, ihr hattet so Brom mit und habt die ganze Zeit am Brom gezogen, hattet immer so tiefe Stimmen, hattet so komische Kontaktlinsen, ihr wart so super weird einfach. Das war richtig weird. Es war richtig weird mit euch, ja, aber gut, also es war eine krasse Nacht, über die man, glaube ich, alleine einen Film drehen könnte. Ja, wir hatten immer den Anspruch, irgendwas zu machen, was andere nicht machen. Was hat euch da gelungen? Das war irgendwie eine gute Idee, auch bei Musikvideos war das so, auch bei Songideen, oder dass man immer irgendwie was macht, was nicht so ist, wie, dass man sich zeigt auf einem Gefährt. Also, dass man nicht Hip-Hop oder Techno nutzt als, wir sind jetzt die besten, der beste Hip-Hop-Act, sondern wir benutzen dieses Genre, um uns zu zeigen. So, das war vielleicht dann die Ambition, sich Kontaktlinsen draufzusetzen und irgendwie anders zu sein. Und manchmal geht das auch dann einfach komplett in die Hose und manchmal ist das einfach legendär. Aber wie ist denn dieser Transfer passiert? Also, dass da so Bergedorfer Hip-Hop-Jungs, du hast schon erzählt, so offen für andere Musikrichtungen, aber Buddy ist ja später ausgestiegen, weil er auch mit diesem Techno nix anfangen konnte. Und du kannst eigentlich auch erstmal nicht so richtig damit anfangen. Und trotzdem ist ja so diese ersten Sachen, die Remy Demmy ist ja noch in dieser Ur-Band-Version entstanden. Also, das ist ja noch mit Malte und Buddy mit dir. Ja, ja, auf jeden Fall. Da war Malte auch ein großer Motor. Also, der hat, beziehungsweise war eigentlich fast ein destruktiver Motor, weil der, der hatte auch, der hatte dann auch immer was Destruktives. Der hat dann gemerkt, okay, Hamburger Hip-Hop, dann kommt der Akko Berlin, war dann auch zu der Zeit, da kam mal ein Blog von Sido. Das war ja auch beim Bundesvision Song und das war Sido auch dabei. Genau, was wir auch so heimlich abgefeiert haben. Aber es war uns auch so, oh Gott, das ist jetzt so Straßenrap mit Fäkalsprache und der ganze Kram. Und das war dann überhaupt nicht mehr Hamburg. Und ich glaube, für Malte war das auch so. Der hat gesagt, ey, Hamburger Hip-Hop is over. Forget it. Und ich hing noch an meinem Hamburger Hip-Hop und hab das, er war aber derjenige, der immer zuerst den Impuls gesetzt hat und auch eigentlich auch angesagt hat, welche Nummern jetzt aufs Album kommen und welche nicht. Man hat ja so eine Band, gibt es ja so Dynamiken. Ich weiß nicht, wie du das in deiner Band hattest oder dass es bestimmte Pusher gibt, die dann auch Ansagen machen können und dann auch sagen können, nee, das finde ich nicht geil, das machen wir nicht. Obwohl drei Leute in der Band sagen, es finden wir irgendwie geil. Ja, hatten wir auch, ja. So, das war so. Und er hat sich dann so ein bisschen zurückgezogen. Wir hatten eigentlich auch schon Hip-Hop-Sachen gemacht und so weiter. Und er hatte ein Nebenprojekt mit einem Freund von uns, Willem Hasse. Das hieß Walze. Und das waren so, so Ed Banger, so Daft Punk, Haus Techno, also Techno mit Samples. Hart. Und das war auch cool, aber es war auch ohne Vocals oder so. Und das war so sein neues Ding. Und der hat auch gesagt, das müssen wir jetzt bei Dachin auch so machen. Und dann waren wir so, okay. Ich habe dann so Techno-Kicks geguckt und dann mal so bumm, 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 bumm eingespielt und irgendwas gemacht. Und erst mal, wir haben dann auch so, ich habe Remi Demi, den Beat habe ich gemacht. Ja. Das war auch so zwischen Tür und Angel, irgendwie zwischen Mittagessen und wir müssen noch einkaufen, zu Ikea fahren oder irgendwie sowas. Und wir haben diese Nummer auch relativ früh, bevor wir die überhaupt veröffentlicht haben, auch performt live. Und ich habe mich unglaublich unwohl auf der Bühne gefühlt. Ich wusste gar nicht, was ist das jetzt für eine Geschwindigkeit? Ich weiß gar nicht, wie ich mich bewegen soll hier auf der Bühne. Und wir haben dann auch irgendwelche alten Playbacks von noch fünf Minuten Mutti und vom anderen Alben dann auch schneller gedreht. Und damit das so ein bisschen sich angleicht an diese Techno-Geschwindigkeit. Und das war ein bisschen holperig, aber ich habe dann schon gemerkt, dass das eine Energie auslöst beim Publikum. Ja. Das war dann die Zeit, auch nach diesem Bundesvision Song Contest, wo alle gedacht haben, was ist denn mit denen los? Die sind ja so weird und die wollen sich ja selbst zerstören irgendwie oder was wollen die eigentlich? Also ich wusste das auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht. Jeder konnte da irgendwelche Ideen sich ausdenken und das war ja auch die Zeit, wo wir eigentlich auch gesagt haben, ey komm, lass uns den Laden dicht machen, das ist durch jetzt. Also die Hamburger Hip-Hop ist over, diese weirded, wir sind jetzt letzter Platz bei Bundesvision Song Contest, das kam noch dazu. Wir hatten da noch ein paar Live-Konzerte, hat unser Booker uns damals noch gebucht, fünf, sechs Dinger, komm, die machen wir noch. Und genau, da hatte dann DJ Fono dann die Idee oder hat so ein bisschen das Zepter an sich gerissen und gesagt, komm, wir machen jetzt eine weirde Show. Wir ziehen uns jetzt irgendeinen Scheiß an und Buddy und ich waren auch, ja, hey komm, let's go, einen reinsaufen und irgendwo nach Frankfurt fahren und let's go. Aber ich meine, also so wie ich das noch so erinnere quasi auch in diesem Bundesvision, das ist ja auch, eigentlich da ist eine Hip-Hop-Band, die ähnlich wie wir so auf zweite, dritte Reihe vielleicht spielt, aber eigentlich dann so was Neues macht, was präsentiert, dann irgendwie so abgewatscht wird mit letzter, vorletzter Platz, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich weiß noch, dass ihr auf jeden Fall richtig down wart, also das war jetzt nicht egal, also das, ich weiß auch noch, wie wir im Hotel saßen unten, da war noch Tombone dabei und das war irgendwie, das war eine weirde Stimmung einfach, ihr mit euren komischen Kontaktlinsen, das war alles, also es war eine verrückte Nacht, kann man nicht anders sagen. Das war eine verrückte Nacht, ja. Und danach ist ja auch Malte raus. Ja, es war eine destruktive Nacht. Sehr destruktiv. Ja. Ja, da ist es. Aber es war dann auch, das war dann auch der Punkt, wo es einfach auch nicht weiter nach unten ging. Also ab da ging es eigentlich nur noch bergauf. Aber, also du hast das auch so empfunden, dass es da, dass hier sozusagen, hier ist die Band eigentlich, hier gibt es jetzt nichts mehr. Ja. Genau, und dann sind wir, wie gesagt, dann sind wir, haben Sebi und ich, haben gesagt, okay. Und Malte ist direkt danach raus auch? Ja, eigentlich ja, ja, der war dann durch. Und dann waren Sebi und ich und haben gesagt. Der war dann durch. Dann haben Sebi und ich gedacht, okay, jetzt, dann machen wir die Platte jetzt noch zu Ende, die war ja so zu 80 Prozent, war die ja schon, Amy Demi war da, auf dem Schlafenland, Krieg und auch alle Nummern. Dann haben wir gesagt, machen wir noch ein paar Nummern, Voodoo war dabei. Prost habt ihr dann noch gemacht mit Brost. Genau, stimmt, genau so. Und dann haben wir gesagt, ey komm, das machen wir jetzt zu Ende und dann gucken wir nochmal, was wir dann machen. Du warst Anfang 30, hast du dir Sorgen gemacht um deine Zukunft? Nee, witzigerweise nicht. Das war witzigerweise auch eine, ich habe mich damals auch von meiner Frau getrennt und bin dann nach Berlin. Warst du verheiratet schon? Ja, genau, ich war verheiratet. Oh krass. Und wir sind dann nach Berlin, also ich bin dann nach Berlin gezogen quasi und das war alles neu. Und das war, das war, es ging nämlich dann eben auch live los. Also ich habe da gar nicht so richtig Zeit gehabt, mir Sorgen zu machen. Ich war mit Sebi zusammen, der auch sehr, der auch sehr selbstbewusst war. Und an seiner Seite war es sehr, man, da gab es gar nichts zu zweifeln. Das war einfach im Jetzt leben und weitermachen und das nutzen, was einem entgegenkommt. So war die Zeit. Das war, wir waren quasi, die Band war am Boden, aber wir hatten noch so ein paar Sachen abzuarbeiten und wir waren trotzdem guter Dinge. Und auch Henning war zum Beispiel auch einer, der dann auch das gesagt hat, ey geil, cool, wir können jetzt hier machen, was wir wollen. Wir können jetzt hier einfach Knicklicht oder wir können Pyramidenköpfe aufsetzen. Wir waren richtig am Experimentieren und jung und frei, obwohl ich eigentlich schon fast 30 war. Ja, deswegen, ich habe euch dann gesehen, das war noch ein paar Monate später auf dem Immergut Festival, also dieses Bundeswischen, das war irgendwie im Februar sowas. Und dann im Mai, Ende Mai habt ihr da gespielt und da habe ich euch zum ersten Mal so mit diesen Mülltüten gesehen, Sofa, Kissen, Trampolin, auch ihr irgendwie so ein bisschen maskiert auch. Auf jeden Fall. Und das war so völlig, ich habe die Welt nicht mehr verstanden, aber auch irgendwie total unterhaltsam eigentlich. Ja, und das hat uns auch getragen. Wir hatten die Nummer Remi Demi, die ein Hit war und das hat aber die Plattenfirma natürlich auch nicht verstanden, weil wir letzter bei uns wie so ein Song Contest waren und wir weird waren und niemand uns da verstanden hat. Der Einzige, der uns da mitgenommen hat, war Volker Mietke. Der gut riechende Volker Mietke. Der gut riechende Volker Mietke, der uns immer supported hat. Das war einfach immer nochmal ein großes Dankeschön nochmal an Volker Mietke, wirklich. Der hat es wirklich, also das weiß ich nicht. Er war einfach Fan. Wir waren ja auch Künstler bei Universal damals. Ja, bei Universal. Der ist bei Warner weggegangen und ist dann zu Universal gegangen und wir sind gedroppt worden bei Warner und der hat uns einfach mitgenommen und uns da angepriesen. Und gesagt, die müssen wir jetzt hier sein, die werden groß. Und alle so, okay, was ist das, das ist so eine Hamburger Hip-Hop-Band. Was machen die jetzt? Ja, genau. Und genau, aber wir hatten Remy Demme und es gab MySpace und die Zahlen gingen dann hoch. Und es gab eben ein paar Hip-Hop-Fans oder Hamburger Leute, die gesagt haben, okay, Dachchen ist over, das brauche ich nicht mehr, das ist nicht mehr mein Ding. Und andere Leute sind aber, oder es sind immer mehr Leute dazugekommen. Aber war euch das nicht, ich meine, es gibt ja immer so eine Art von Zugehörigkeit und ich weiß noch, wenn wir als Band, das war natürlich was völlig anderes, irgendwas Neues probiert haben, dann war uns das peinlich, dann war uns das unangenehm auch erst mal. Und wenn es irgendwie, man versucht irgendwie was in eine andere Richtung zu gehen und irgendwie war das immer auch natürlich, du hast die Blicke der Kollegen, du hast die Fans und so weiter. Und wenn ich das bei euch angucke, ist das ja so ein Riesenschritt. Dafür gab es die Masken. Ah. Dafür gab es das so, sich zu maskieren, da konnte man richtig peinliche Sachen machen, da gab es keine Scham. Ah, jetzt verstehe ich das und deswegen dann auch irgendwie diese Pyramiden auf dem Kopf und so weiter. Ja und wir hatten auch alle auf eine Art die gleichen Rollen, ich glaube in einer klassischen Band, so Bass, Gesang, ich glaube auch letztens habe ich auch einen Podcast gehört mit Sportfreunde Stiller. Und da war das, das ist ja auch eine klassische Band, wo dann der Sänger denkt, okay Leute, ich kann nicht mehr, ich muss hier mein Gesicht hinhalten und der Drummer sagt, was ist los, let's go, weiter, weiter, weiter. Und das war bei uns, waren wir alle maskiert und wir hatten auf eine Art alle die gleichen Rollen. Es gab nicht, er ist der MC und er ist der DJ und der andere ist der Bassist, sondern wir waren irgendwie alle alles. Und deswegen konnte man sich eigentlich immer ganz gut hinter allen verstecken oder hinter allen Sachen, die wir auf der Bühne auch ausprobiert haben und rumexperimentiert haben. Wir haben auch mit Holz und Plastik und Eisen gearbeitet. Das waren, da konnten wir einfach frei experimentieren und ja, das war relativ schamlos. Also wir haben da auch mit Scham gearbeitet. Wir haben das, wir sind an die Grenzen gegangen. Also ihr habt auch wirklich geguckt, okay, was ist mir jetzt unangenehm und das dann auch aktiv gemacht? Wir haben das einfach fallen gelassen. Wir haben auch Dinge, die, die, dass man nur mit Unterhose und also eigentlich quasi nackt auf die Bühne kommt. Das, das, man war, man konnte sich hinter diesem ganzen Brimborium verstecken. Man war nicht man selber. Also man, man hat sich nicht nach außen gekehrt, nur weil man irgendwie was Lautes nach draußen geschrien hat oder irgendwelche weirden Beats abgefeuert hat oder irgendwelche Holzstangen durchgebrochen hat oder irgendwas. Es war, war einfach frei und man, man, man konnte sich dahinter verstecken. Und war das auch so frei, weil Malte nicht mehr dabei war? Und du hast erst erzählt, diese Competition intern oder man ist sozusagen, also Hip-Hop, wo es ursprünglich ankommt. Es ging nicht mehr, es ging nicht mehr darum zu gefallen oder es ging nicht mehr darum zu entsprechen. Ich weiß, dass es eine Phase gab, wo wir das gemacht haben. In Hannover zum Beispiel, erinnere ich mich an einen Auftritt, wo ganz wenig Leute da waren. Also es war so ein Laden, da passten 300 Leute rein und da waren aber 120 Leute oder 80 Leute drin. Und Sebi stand hinten am FOH und dann hat er dann hinterher noch erzählt, da standen so zwei Leute, die haben sich unterhalten über Deichen und meinten so, ja, Deichen ist wohl over, denke ich mal und sind dann gegangen. Und aber die 80 Leute, die da waren, die waren völlig gestokt und haben nochmal ihren Freunden erzählt, ey, wenn die nochmal nach Hannover kommen, da müssen wir unbedingt hin. Das ist so krass, das glaubst du nicht. Und wir waren, und uns ging es aber gar nicht mehr darum, jetzt Leute zu beeindrucken, sondern einfach frei zu sein und einfach da das mitzunehmen, wo wir, was wir angeboten bekommen haben von unserer Booking-Agentur. Das war erstmal so der Fahrplan. Das hört sich sehr so nach, eigentlich das, was man so mit Anfang 20 macht, so wenn man das erste Mal ins Ausland fährt und, keine Ahnung, in Barcelona durch die Clubs zieht oder sowas. Also es hört sich sehr, sehr, ja, losgelöst tatsächlich an, was du erzählst. Ja, wobei wir natürlich ja auch, wir hatten ja schon Touren gefahren mit, mit der alten Show. Wir waren ja schon mit dem Nightliner unterwegs und waren, waren viel schon auf Tour mit den ersten beiden Alben. Hatten auch Party-Erfahrung und so, aber das war was ganz anderes. Das war halt wirklich so das Game und Major-Label und da muss man dann da Pay-to-Play machen und dann musst du dies und das und so. Und das, man war dann doch schon relativ, also wir haben da auch Party gemacht, aber so vom Ding her war man dann doch sehr eingezwängt da in dieses System, will ich fast sagen. Und wir waren, wir waren frei, wir waren auch, wir waren uninteressant, wir waren aus dem, vom Radar, wir waren, wir waren quasi im Windschatten von uns selber. Ich weiß noch, es gab so ein paar, ich habe euch unglaublich oft live gesehen, also auch in dieser damaligen Zeit. Wir haben auch unglaublich oft gespielt. Wir haben auch unglaublich oft gespielt, genau und es war eigentlich. Ja und es hat dann einfach irgendwann einfach auch unglaublich Spaß gemacht. Ja. Das war einfach, das war ein schönes Gefühl, das war wirklich der Geruch und der Sound und die Leute und das, was man da erlebt hat, das war wirklich toll. Ja, ich habe so, was ich damals nicht so richtig zusammengekriegt habe, war tatsächlich eure Typen, so wie ihr das so, ich habe dann irgendwann auch Porky kennengelernt, der, der, das weiß ich noch, gab so ein sehr legendäres Konzert auch im Rio in Berlin in einem Club. Ach, da warst du auch. Da war ich auch. Der ist wirklich legendär. Und dann ein paar Monate später habe ich euch dann nochmal gesehen auf so einer Fashion Party. Hugo Boss. Hugo Boss oder U2 irgendwas in der Richtung. Ja, wir haben alles gemacht. Und hat dann, ich weiß nicht noch, Ken Jebsen hat euch angesagt noch. Und ihr habt da völlig Schutt und Asche hinterlassen. Also auch so mit Kissen und es war auch nicht mehr, es war auch drüber. Also es war einfach, man hat gemerkt, das ist komplett drüber. Aber die Leute wollten das. Ja, ja, aber so die, ich weiß noch, die Veranstalter wollten das gar nicht so doll. Nee, aber die wollten dann doch, ich erinnere das auch noch, dass wir mal, es gab mal ein Hotel in Arosa in der Schweiz, die haben, die haben so einen Partykeller gehabt. Ich glaube, das waren auch so eine, so Swinger, so ein Swinger-Ehepaar. Das waren richtige so, auch so, also ich will denen jetzt nicht was unterstellen, aber richtige Party-Ehepaar war das auf jeden Fall. Und die hatten so einen Partykeller und die haben immer so, einmal im Jahr haben die, oder das haben die wahrscheinlich nicht einmal im Jahr, das haben die wahrscheinlich häufiger gemacht, aber Acts eingeladen und du konntest da eine Woche lang wohnen und Ski fahren mit der ganzen Band. Und da waren wir dann mit 20 Mann oder so, sind wir dann da hin und die fanden, da waren wir im Keller und die fanden das so toll mit uns, dass die uns, die haben dann irgendwann dieses Hotel abgerissen und haben da so neue, also die haben da investiert und mit so neuen Bungalows da gebaut und wollten dann dieses Hotel abreißen. Und haben das eine Abrissparty genannt, in diesem Hotel, das war so ein fünfstöckiges Hotel, ein großes Hotel. Und dann haben wir dann im Foyer gespielt und das haben die, die Gäste haben das so, so ernst genommen, Abrissparty, dass die dieses Hotel komplett auseinander genommen haben. Also die haben wirklich auch so alle Fensterscheiben eingeschmissen, alles, alle, alle Räume zerstört und das war aber auch tatsächlich der letzte Abend. Es war auch jetzt nicht mehr noch irgendwas, was, was da jetzt noch verkauft werden sollte oder so, aber die Besitzer waren richtig schockiert. Das war für die richtig, es gibt davon noch ein Video, da sind wir so da durchgegangen. Die haben uns dann auch nie wieder eingeladen, die waren richtig, die waren richtig traurig. Das tut mir auch heute noch leid, aber ich dachte auch, dass wir da eine coole Abrissparty machen und dann war das wirklich ein destruktiver Abriss. Das war mies. Das war nicht so ein cooles Gefühl. Ich sehe es dir an. Aber es gab auch das Mate, das haben wir auch zusammengespielt. Also ihr habt früh morgens in der Nacht gespielt und es nahm ja irgendwann Dimensionen an, die auch, also wenn du sagst destruktiv, wo nicht mehr klar war, was ist jetzt eigentlich los. Gefährlich. Sehr gefährlich, genau. Also so die, die und auch immer so ein bisschen, wenn ich euch damals gesehen habe, so ein bisschen over the edge. Auch Alkohol los und Exzess. Wie hast du das so mit deiner jedoch auch introvertierten Art zusammengekriegt? Das war auch ein Ausleben auf eine Art. Das war auch das, was ich konnte da, ich konnte da was ausleben, was ich vielleicht nie gemacht hätte. Und das war so ein Ventil. Vielleicht war das auch eine wütende Zeit, die ich hatte oder ich kann das gar nicht so richtig sagen. Mir hat es auf jeden Fall total Spaß gemacht. Und das schließt das eine, schließt das andere ja auch nicht aus. Also wenn du ein introvertierter Mensch bist, kannst du ja auch trotzdem exovertierte Phasen haben oder auch ein Teil von dir exovertiert sein. Es hat mir die Möglichkeit geboten. Aber zum Beispiel das Meldfestival war auch nochmal, um darauf zurückzukommen, auf dieses Gefährliche. Das war auch so ein Kipppunkt bei uns, dass wir da alle Leute auf die Bühne geholt haben und der Stage Manager dann irgendwann mit grünem Gesicht mich angefleht hat, dass ich jetzt die Musik ausmachen muss, weil es sonst Tote gibt, weil die Bühne sonst auseinanderbricht. Die ist nicht für 300 Leute gemacht, sondern für 20 Leute höchstens oder Gewicht. Und da haben wir damals überhaupt nicht drüber nachgedacht. Heute ist das schon ein wichtiger Aspekt für uns auch. Es gibt ja häufig so Unfälle auf Bühnen und es gibt ja genug Beispiele. Und ja, da sind wir ein bisschen weiser und erwachsener. Alte, weise Männer. Alte, weise Männer. Ich habe das damals nicht selber, nicht live gesehen, meine ich zumindest. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Es gibt ja auch Videoaufnahmen von dem Abend vom Rockpalast, kann man sich das nochmal angucken. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich selber auch vor Ort war oder nicht. Warst du auf der Bühne? Nee, ich weiß, dass wir, also wir haben da auch gespielt. Aber ich weiß, und das ist ja manchmal, ich meine, das ist jetzt auch echt viele, viele Jahre her. Ich weiß nicht mehr, ob ich euch da noch live gesehen habe oder ob ich da schon weg war. Aber ich weiß aber, dass das ein Riesenthema war, also dieser Auftritt. Dass da ganz, ganz viele Menschen in dieser Branche darüber gesprochen haben und dass das irgendwie, dass ihr dann, wenn man so anguckt, das ist ja 2005 dieser Bundesvision und 2006 war das Melt innerhalb von einem Jahr. Einfach wart ihr plötzlich eine Band, die irgendwie zwar keine Platten verkauft hat, aber einfach ein unglaubliches Phänomen auch war, was so live passiert. Das ist da, glaube ich, so, in dieser Zeit wird es total deutlich, wenn man so mal sagt, das ist ja eigentlich nur ein Jahr gewesen. Ja, vielleicht haben wir das auch einfach ganz gut genutzt. Also wir konnten das und wir wussten, wir waren frei und hatten jetzt keine Ressentiments, dass wir sagen, das können wir nicht machen, das müsste jetzt so aussehen. Und eigentlich müsste man planmäßig oder Diskussionen innerhalb der Band, wie du es jetzt auch sagst, zwei Leute wollen das und drei Leute wollen das. Ich meine, klar, für Buddy war das schwierig. Der wollte musikalisch auch in eine ganz andere Richtung. Der wollte eigentlich zurück zum Ursprung, zum Hip-Hop, ne? Ja, das, genau. Aber das war so viel Energie da und das war ganz klar, dass das diese Richtung nimmt, die wir jetzt beim Schöpfe greifen. Wir haben das geritten, das Ding. Ich habe ja für mich in der Vorbereitung, habe ich eigentlich so drei Evolutionsstufen von Deichkent mir ausgemacht. Also die erste, die Hip-Hop, die zweite habe ich so Techno und Chaos für mich benannt und die dritte, da kommen wir jetzt dazu. In meinem Verständnis zumindest gab es dann mit dem nächsten Album, das war dann Arbeit Nervt, glaube ich, kam danach. Nach, nach, ja, da kommt Arbeit Nervt, genau. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, da ist zum einen eine Live, eine Professionalisierung stattgefunden hat und dann mit dem nächsten Album, Buffet von ganz unten, ist es dann musikalisch in so eine ganz klare, also da hat sich wie so eine Marke gebildet. Also dann war das nicht mehr so frei und heute kann alles passieren, sondern es wirkt ab diesen Sachen wirkte das, ja, wirkte das so wie so ein, wir erschaffen uns hier so ein eigenes Denkmal, aber so ganz ordentlicher und es verfolgt eher so einen Plan, also du hast ja gerade erzählt, diese, also nur in meiner Wahrnehmung. Ja, aber da ist schon was dran, da ist schon was dran auf jeden Fall. Also bei, bei der Arbeit Nervt Produktion oder auch bei, ja, es war eigentlich, nach Arbeit Nervt ist ja Xebi verstorben und es gibt eigentlich zwei, es gibt eigentlich zwei Stränge, die das manifestiert haben. Einmal ist da Henning sehr, sehr stark involviert, also der hat da sehr, sehr aufs Gaspedal gedrückt, was das Visuelle betrifft und was auch diese ganze Inszenierung betrifft, weil wir haben dann auch in der Band gemerkt, während Arbeit Nervt sind wir auch immer aufgetreten und haben auch mit Coca-Cola und mit Jägermeister und mit iTunes und mit Bogo Boss und uns war es scheißegal, mit wem wir irgendwie irgendwelche Deals gemacht haben, Hauptsache wir kriegen Cash und können weiter abreißen. Ja. Dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wollen wir das jetzt wirklich mit Jägermeister machen, das ist irgendwie ein bisschen uncool, dieses ganze Gesaufe und so. Und wir waren auch teilweise auch exhausted irgendwann und dieses Ganze, irgendwann ist dann auch Schluss mit diesem Abriss und morgens um drei irgendwo eine Ecke hängen und das zehrt natürlich auch an den Nerven und überhaupt am Körper auch oder auch an der Seele, das kann man nicht immer weitermachen. Und wollen wir das jetzt inszenieren oder das war eben sozusagen auch Hennings Ding, zu sagen, komm, wir inszenieren das Ganze jetzt. Wir machen jetzt wirklich richtig mal so generalstabsmäßig die Bühnenshow, machen wir jetzt mal richtig, die wird jetzt geplant von vorne bis hinten. Ich glaube, da waren auch dann Harjo und Enno mit dabei, die die Choreografien gemacht haben und so. Und die andere Seite war die Produktion von Roland Knauf, den ich in Berlin kennengelernt habe, beziehungsweise den habe ich in Ochsenwerda kennengelernt. Und der war, der war sehr großer Fan von Sebi und der war auch häufiger in Ochsenwerda bei uns, weil Sebi damals auch andere Bands gemischt hat, unter anderem auch Seed. Und der hat dann auch Sachen aufgenommen von deren Next Album, glaube ich, oder der Song hieß, glaube ich, Next, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und da war Roy mit dabei. Ich weiß nicht, ob er das Schlagzeug gespielt hat oder der war ja der Sub von dem Schlagzeug von Seed. Und Roy war immer großer Fan von Sebi, wie er mischt und wie er im Studio produziert. Und als Sebi gestorben ist und ich lebte ja in Berlin damals schon, hat er mich in die Hand genommen und gesagt, ich will jetzt ein Tonstudio gründen, wollen wir das nicht zusammen machen? Und das war für mich super gut, let's go, lass uns das zu zweit machen. Ich habe da auch mit Geld reingeschoben und die Miete mit übernommen und wir haben uns geteilt. Und dann war Roy eben ein frischer Produzent und der hat eigentlich das Album Befehl von ganz unten gemacht. Die Zusammenarbeit war halt wirklich sehr, sehr fruchtbar. Ich war mit Porky zusammen und Ferris zusammen, wir waren Künstler, wir konnten Songs uns ausdenken und Rap schreiben und rum experimentieren. Und Roy war der Rick Rubin, der konnte einfach nicht nur das handwerkliche Engineering, sondern auch picken. Zu sagen, das ist eine geile Nummer, das macht Sinn, das braucht kein Mensch, das könnt ihr irgendwo mal bei Soundcloud hochladen oder so. Und so hat sich das manifestiert und auch so ein bisschen professionalisiert. Nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich richtig krass professionalisiert. Aber wie seid ihr da vorgegangen? Weil ich, was ich auch noch weiß, dass eure Plattenfirma Universal auch irgendwann total überrascht war, weil wir kennen ja so ein paar Leute sozusagen gemeinsam, die sagten, ja, wir waren bei Deichkind in Hamburg und die haben uns eine PowerPoint-Präsentation gehalten. Also das ist auch sozusagen... Ja, wir haben, genau, das habe ich auch vergessen, wir haben es tatsächlich, Henning und ich haben dann irgendwann auch angefangen, eigentlich so unternehmerisch zu denken, aber Künstler, also unter dem Kunstaspekt, unter dem Kunstaspekt, dass wir gesagt haben, wir tun jetzt mal so, als ob wir ein Unternehmen sind. Wir haben auch abgeflasht, dass wir einfach Deichkind an Telekom verkaufen und dann heißt Deichkind Telekom immer, also auch Chartplatzierung oder wenn es angekündigt wird, ist immer Deichkind Telekom oder was natürlich völlig absurd ist, aber mit solchen Gedanken haben wir gespielt auch viel, also so unternehmerisch gedacht. Und das war wahrscheinlich ein Teil davon, dass wir dann wirklich dann einfach auch gesagt haben, okay, wenn wir uns jetzt mit Universal treffen, dann fragen wir jetzt auch mal Tombone, was hältst du eigentlich jetzt von Arbeit Nervt als erstes Single? Mhm, aber wie kann ich mir das vorstellen, also ihr beiden saßt zusammen und habt euch wirklich überlegt, also ihr habt wirklich, eigentlich Künstler, habt euch überlegt, wir spielen jetzt mal Unternehmer. Welche Fragen habt ihr euch da gestellt oder was waren so? Ne, was ist, was ist, was ist, so Purpose? Ja. Nein, ich glaube, das ist auch eher ein Prozess, also das hat sich jetzt nicht an einem Abend, haben wir jetzt gesagt. Nee, das ist mir völlig klar. Aber natürlich, klar, ich habe dann auch, ich habe dann einfach irgendwelche, irgendwelche Motivationsbücher gelesen, denken sie groß und irgendwelche Businessbücher, wie man, wie man Unternehmen braucht. Ich habe mich mit meinem Schwager viel unterhalten, der, der in der Versicherungsbranche relativ weit oben unterwegs ist und, und mit, ja, das, das war auch ein Teil von, von, von der Arbeit auch, die wir damals gemacht haben. Und gibt es, also ich habe so das Gefühl, es gibt so ein, also auch mit diesen Produktionen, es gibt, das habe ich schon gesagt, das ist Deichkind, also optisch das ist Deichkind oder musikalisch das ist Deichkind und ich vergleiche das sehr mit Rammstein. Da ist es vollkommen klar, das ist Rammstein, so sieht das aus, so ist das. Und ich habe so das Gefühl, dass da auch, wenn jeder, also jedes Bandmitglied, ob das bei euch ist oder bei Rammstein ist, das ist vollkommen klar, hier mit so einer Jazzy Nummer brauche ich ja gar nicht ankommen. Du hast es erst auch schon erzählt, Anfang 30, auch eine destruktive Zeit. Ich habe irgendwo gelesen, dass du damals angefangen hast, Gitarre zu spielen und Songs geschrieben hast, aber das ist ja alles nicht in Deichkind gewandert, sondern das wäre wahrscheinlich eher so ein Boll. Hätte aber auch sein können. Hätte sein können? Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn, also wir haben ja auch damals, gibt es so eine Nummer wie Silberweidenpark zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist eine, das ist eine krasse Psychedelik-Ballade. Oder da wo, das ist eine reine Country-Nummer. Und das finde ich, da unterscheiden wir uns auch, glaube ich, von Rammstein. Rammstein haben so ein Sound-Signature, man hört es am Klang. Und das ist bei uns eher nicht so. Ich würde sagen, so eine Nummer wie in der Natur würde man jetzt nicht sagen, ah, das ist, so klingt Deichkind. Ich glaube, wir können, wir sind da, das muss ich sagen, da bin ich auch ganz froh drum, dass wir da relativ frei sind, dass wir eine Nummer wie Bück dich hoch zum Beispiel, die auch nicht wirklich Deichkind oder Luftbahn, das ist auch nicht, man kann auch nicht sagen, ja, das ist jetzt dieses typische Ding. Das finde ich wichtig für uns, für unser Bestehen, also was den Sound betrifft. Also so jemand wie Tom Bohnen, der sagt. Der Universal-Chef ist. Ja, ey, ihr müsst ein Feature mit Finch machen und dann Rämie, Dämie und dann ab in die Hütten und Ballermann und dann läuft das doch. Und so einfach läuft das bei uns nicht. So sehen wir uns auch nicht, als nur die Technobratzen, die irgendwie Party-Mucke machen. Nee, so hätte ich das auch nicht, also so würde ich das auch nie sehen, aber eher so eine Art, ich habe mich gefragt, ob es, es gibt ja bei Firmen, also dann irgendwann so eine Art, man fragt sich nach dem Purpose oder man, es gibt so eine Art, was machen wir und was machen wir nicht. Und ich habe mich gefragt, ob ihr in der damaligen Zeit auch so ein bisschen festgelegt habt, so das ist Deichkind und das ist eben nicht Deichkind. Aber wir hatten ganz lange, wir haben uns daran lang gehangelt an der Diskrepanz zwischen Dinkel und Capitalo. Erklär das mal. Wir hatten zwei Gruppen bei uns in der Band, da gab es einmal die Dinkels, das waren die, die Tee getrunken haben, sich vegan ernährt haben, niemals zu McDonalds gegangen sind, die Bücher gelesen haben, die sich über Dinge und über gesellschaftskritische Sachen unterhalten haben. Und dann gab es die Capitalos, die jeden Jägermeister-Deal und jeden Jägermeister-Abend mitgenommen haben und auf Tour Fleisch essen, Party machen, egal, hedonistischer Lifestyle. Und das sind diese beiden Gruppen, die immer diese Reibung, diese Reibung gab es immer bei uns, also seit Aufstieg im Schlafenland. Und das haben wir dann eigentlich auch erst mal so stehen lassen und dann aber auch festgestellt und dann auch inszeniert und dann auch wirklich auch so das bewusst wahrgenommen, hier gibt es zwei Strömungen in der Band und eigentlich ist es das auch, was die Band auch ausmacht. Diese Ambivalenz, ständiges Reiben, ist das zu partymäßig oder ist das jetzt zu dinkelig oder wie ist jetzt die Antwort darauf? Also nicht das, was früher war, das hatten wir erst schon gehabt, es gibt ein Mitglied, der sagt, wir machen jetzt das und dann machen andere das so mit, sondern zu gucken, eigentlich wir kultivieren das komplette Gegenteil, wir sagen eben, nee, drei wollen eigentlich nicht, einer will, super interessant, daran arbeiten wir weiter und wir suchen eigentlich so dieses, wie passt es dann für beide und nicht, wie passt es für ein Mitglied. Genau, es ist sehr anstrengend, aber es ist, da kommt dann eine Qualität heraus, für uns. Und das habt ihr in dieser Zeit damals auch so ein bisschen wirklich euch angeguckt, festgestellt und gesagt, okay, das machen wir weiter. Du hast mal gesagt, Deichgehen ist ein Mittelding zwischen kreativer Arbeit und Dienstleistung. Naja, das ist eben, da haben wir uns ja vorhin schon drüber unterhalten, mache ich das für mich oder mache ich das, um damit das Geld zu verdienen und ein großes Publikum zu generieren? Aber wie behaltet ihr da die Balance, weil das ist ja auch verführerisch. Also so auch das eine und das andere ist verführerisch. Also diese kreative Freiheit, so in der zweiten Phase, wir fahren nach Hannover und scheißt der Hund drauf. Das hat hier eine große Freiheit, aber vielleicht nicht so eine große Sicherheit. Und das andere ist natürlich auch sehr verlockend, für einen Jägermeister 100.000 Euro zu kriegen. Und dann gibt es unterschiedliche Strömungen in der Band. Die einen sagen, voll geil Jägermeister und die anderen sagen, voll geil Hannover. Aber wie kriegt ihr da die Balance hin? Indem wir uns einen ablabern. Ja, also ich glaube, es ist wirklich eine Auseinandersetzung. Es ist wirklich, es wird alles abgewogen. Wenn man merkt, eine Anfrage ist es ja, häufig sind das ja Anfragen, die irgendwie plötzlich reinplatzen. Und da merkt man schon von vornherein, ah, der findet das so, der denkt das so. Man hat das schon so ungefähr im Kopf. Aber wir haben es auch gelernt, wirklich das auch zu verinnerlichen. Dass man selber sich selber erspürt und denkt, ich habe Bock auf die Jägermeistersache, weil da gibt es jetzt 50.000 Euro. Dass man da auch ehrlich ist. Let's go. Ja, absolut. Das mit sich selber. Dass man sagt, habe ich da jetzt Bock drauf oder nicht? Und dann weiß man aber trotzdem noch, es gibt noch zwei andere, die sagen das und die sagen das. Und das ist wichtig, dass früher haben wir dann auch viel so Lagerkämpfe gehabt, dass wir dann Leute rangeholt haben. Ja, ein Jägermeisterauftritt, das ist doch das Beste, was man machen kann. Aber das war zu viel Grabenkämpfe. Und dann haben wir angefangen zu sagen, wir sind jetzt als Band und sind erwachsen und unterhalten uns darüber und legen unsere Wünsche auf den Tisch. Und dann wägen wir ab, ob wir das machen oder nicht. Ja, aber vor allen Dingen scheint mir so, dass das Wichtige zu sein, dass man wirklich ehrlich zu sich selber auch ist. Erstmal ja, genau. Und das aber auch im Hinterkopf hat, was die anderen auch wollen. Aber wichtig ist, also für mich persönlich ist es wichtig, dass ich erstmal erspüre, habe ich da Bock drauf oder nicht? Will ich das machen oder nicht? Macht das jetzt Sinn für mich oder nicht? Und da sind wir jetzt eigentlich auch die letzten zwei Alben jetzt auch so langsam so in die Bahn gekommen, wo wir sagen, ja, wir rocken das zusammen. Aber jeder findet auch statt. Voll interessant, dass das so geht. Und weil, solange wie es euch jetzt auch gibt, ob jetzt mit, wer jetzt noch dabei ist oder nicht, aber dass man das so, manchmal verhärten sich ja eher Fronten. Und dass ihr sozusagen guckt, dass die Fronten sich verweichen und dazu schauen, was ist das eine, was ist das andere und was ist das Beste aus diesen beiden. Also es ist, finde ich, ungewöhnlich. Ja, es macht in der, oder wir haben festgestellt, dass es nicht Sinn macht, da Harmonie, dann Harmoniebedürfnis da auszuleben, würde ich mal sagen. Dass es wichtig ist, da dann wirklich auch reinzugehen, wenn man merkt, hier ist jetzt etwas, was ich mir gerne wünsche und eine andere Seite nicht. Und dass man dann da reingeht und eine Entscheidung trifft, weil das nervt auch unser gesamtes Umfeld, wenn wir keine Entscheidung treffen. Und wie geht ihr dann da raus? Aber wenn du jetzt, also nehmen wir mal so ein Beispiel. Ja, dann akzeptiert man das auch. Dann hat man das gemeinsam entschieden. Und man hat aber auch seinen Teil mit reingebracht. Man hat auch gesagt, ich, am liebsten würde ich so, aber ich akzeptiere es so, wenn wir, wenn, wenn, wenn wir jetzt sagen, oder ich, genau, wenn zwei sagen, machen wir nicht. Habt ihr einen Mediator dafür? Habt ihr Leute, die euch dabei helfen? Nö, nö. Also wir haben das auch mal gemacht, Mediation, aber das, nee, das haben wir nicht. Super, super modernes Vorgehen auf jeden Fall. Ich weiß, ich, ich, ich glaube, also unser Büro ist manchmal so ein bisschen am Augenrollen, so, weil das dann, das ist auch sehr energieaufwendig. Also wenn man bei jedem Ding irgendwie gefühlt stundenlang diskutiert drüber, aber wir arbeiten daran, es ist ein Prozess und ich glaube, das ist ein guter Weg, da, da gesund weiterzukommen. Jetzt bist ja du und Phono, ihr seid die beiden Heads of Deichkind, würde ich sagen, also Geschäftsführer, du, das Urmitglied noch, er noch lange dabei. Wie ist euer Verhältnis zueinander? Naja, das ist, das ist ja dieses, diese Reibereien, die wir haben. Ihr beiden seid die Reibereien. Ja, aber uns ist, uns ist bewusst, wie wichtig der andere Teil ist, also dass, dass, dass wir, dass diese Kombination einfach auch das ist, was es ist, dieser, dieser Erfolg, den wir haben. Welche Rolle nimmst du dann ein, als, also es gibt ja auch unterschiedliche Rollen, die du in dir hast, ne, du hast ja die kreative Rolle, du hast aber auch die wirtschaftliche Rolle, du hast, du bist ja auch, also so, du bist derjenige, der die ersten Beats macht, der sehr, sehr kreativ auch ist. Ja, das ist bei uns auch ziemlich speziell, dass ich mit Porky und Roy zusammen die Musik mache. Ja. Und dann relativ spät Henning mit ins Boot hole und sage, so sieht jetzt die Musik aus. Also es ist jetzt nicht völlig von Kopf geschlagen, er kann auch schon sagen so, ah, das finde ich gut oder das, da könnt ihr doch nochmal das machen oder das oder so, aber es ist schon ziemlich, dass es mein Gebiet ist. Und übergebe dann quasi an Henning und der denkt sich die Bühnenshow aus. So hat sich das eigentlich jetzt so entwickelt. Und das sind, das sind zwei Bereiche, wo, wo wir beide uns kreativ ausleben können. Und, ähm, das macht es auch so anders als bei einer Band, die einen Bassisten, Schlagzeuger und einen Sänger hat, das sind wir nämlich gar nicht. Also wir sind, wir diskutieren auch häufig darüber, ob wir überhaupt eine Band sind. Was seid ihr für dich? Das, also wir haben es bis jetzt nicht ausgefunden, was, was es ist. Also ob wir, was es ist. Kollektiv? Ja, so kollektiv, aber da spricht dann auch wieder, ein paar Sachen sprechen dann auch wieder dagegen, aber man könnte es ein Unternehmen, ein Kollektiv, eine Band, Kunstprojekt, ein Gesamtkunstwerk, wird es auch manchmal genannt. Was bist du für dieses Projekt? Was ist deine Rolle, würdest du sagen? Urgestein, der Weirdo, ne, der, ja, Musikproduzent, Textschreiber, Performer, ähm, kreativer. Ja, so. Hast du, also wenn man so die Sachen hört, wie viel, also wir haben das ja erst schon gehabt mit diesen persönliche Sachen mit reinbringen oder nicht, wie viel von dem, was jetzt passiert, also ich hab so das Gefühl, mein Gefühl, auch Annahme, das ist so schön, dass du da bist, ist, es gibt eigentlich so eine Art Grundidee. Also es gibt irgendwie, es ist eher so eine Art, also wenn ein neuer Track entsteht, eine Art Konzept, also man hat eine Idee, man macht etwas, wir haben ganz am Anfang über in der Natur gesprochen, also dass es eher ein Konzept von einem Track gibt, genauso. Also, und dann arbeitet man darauf hin, dass dieses Konzept erfüllt wird versus so oft, wie ich Kunst oft kenne, eher, oh, ich fühle hier was und das muss jetzt hier raus und ich teile mein, mein Inneres nach außen mit und ich bin der Sänger oder die Sängerin und, ähm, und, und sage, it's all yellow und, äh, singe und das ganze Stadion und singe mit. Also, da hab ich das Gefühl, dass sich das so sehr unterscheidet von dem, wie ihr das macht. Ja, ich guck mir auch manchmal so YouTube Channels an, wo Tyler the Creator oder Jay-Z oder, oder Childish Gambino erzählen, wie, wie, wie sie Songs schreiben oder wie sie, wie sie das machen und das, ich seh da schon auch Parallelen, das, wie man handwerklich zu Ergebnissen kommt. Ähm, man kann das auch gar nicht so pauschal sagen, dass man zuerst die Musik macht oder erst den Text. Also, das ist ein Mischmasch. Wir, wir haben am Anfang viel, waren wir unterwegs und haben, haben uns über so überhaupt generell Themen Gedanken gemacht, wir, über welche Themen wollen wir überhaupt sprechen, so allgemein. Das war für mich auch so ein bisschen schwierig, weil, weil das nicht greifbar ist, hier zu sagen, ja, wir müssen mal was über eine Energiewende, Klimawandel oder Homophobie oder Reichsbürger oder whatever, irgendwelche ganz groben Themen abstecken. Ähm, und das sind natürlich noch keine Songs. Und das ist ganz schwierig, so daran zu gehen, aber es ist wichtig, schon mal parallel darüber zu sprechen, was, was sind so Themen, die, die jetzt relevant, in Anführungszeichen, für uns sind oder überhaupt auch für, für draußen, was, was, was interessiert die Leute. Und parallel machen wir dann, ich bin ja einer, der dann auch wirklich 60, 70, 80 Skizzen macht, so ins Blaue hinaus und kollagiert dann quasi alles zusammen. Also wie gesagt, in der Natur zum Beispiel ist auch, ja, so ein Jahr lang lagen dann Fragmente irgendwo auf der Festplatte rum und die habe ich dann irgendwann in kurzer Zeit mal zusammengestückelt und, ah ja, okay, das passt ja jetzt, der Jodler, der passt ja ganz witzig zu dem Beat in der Natur. Und dann kommt dann ein halbes Jahr später dann nochmal diese Akkorde irgendwo von Joe von den Drunken Masters in München, weil wir, wo wir da eine Studio Session hatten und, ähm, ja, viel, viel Schweiß und Tränen, würde ich mal sagen, aber dann eben auch, ist das auch mittlerweile bewusst, wie so ein, so ein Album Prozess läuft und Songs zusammenzukriegen und, und wo, wo dann wirklich auch eine Energie entsteht, wo man sagen kann, okay, hier ist jetzt, hier ist jetzt was, was man, was über den Berg ist, was, was Roy zum Beispiel dann hört als Produzent und sagt, das, das, da sehe ich was. Das hört sich sehr, sehr egofrei an, eigentlich auch. Ja, das ist, das ist, also es ist, wir schreiben auch quasi jetzt nicht die, also ich muss jetzt auch nicht unbedingt meine Strophe schreiben, also es ist eher dann songorientiert und, und wenn, wenn, wenn wir jetzt vom letzten Album zum Beispiel so eine Nummer wie Knallbonbon oder so, das war dann Porky's Nummer, die hat gesagt, das ist mein Favorite Beat und der Knallbonbon, das, so sehe ich mich genau, da haben dann eigentlich im Grunde genommen Bo und ich dann den Text geschrieben, so ungefähr, sowas passiert dann auch so, und das, da, da ist dann auch nicht so, ne, das ist mein Track, das will ich jetzt schreiben oder so, sondern, oder wie bei den, ich weiß nicht, ich hab das mal in Interview gehört, dass bei den Ärzten, dass die auch sehr ausgeglichen ihre Songs, der eine schreibt den Song, das ist dann sein Song und der schreibt dann den Song und das ist dann sein Song und das ist bei uns gar nicht so. Also ich, ich, ich pack, ich pack quasi Skizzen in Ordner und dann wird da rumgewühlt und rumgeexperimentiert und gemacht und, und auch wenn, es gibt auch Nummern, die ich wahnsinnig gut finde, die dann in der Schublade landen. Und ist das, also gibt es einen Ort, wo du diesen Ego-Künstler ausleben kannst? Habe ich noch nicht gefunden, es gab einmal diese Gitarren-Sachen, die ich gemacht habe, die gingen relativ frei von der, von der Hand, dann habe ich das aber wieder so ein bisschen verlernt, Gitarre spielen habe ich nicht genug geübt, das habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann gibt es ja noch so ein Projekt, das heißt Kryptik Joe, da bin ich aber auch immer noch am überlegen, weil ich weiß nicht so richtig, warum ich das machen sollte, warum ich, warum ich jetzt ein Kryptik Joe Album machen sollte. Es gibt super viele gute Sachen, die da sind, aber ich kann mich nicht dazu aufraffen zu sagen, okay, da gehe ich jetzt mit der Platte zu Interviews und auf Promoreise und perform die jetzt oder so. Für mich wirkt das jetzt, was du über Deichgen erzählst, auch sehr, eigentlich so Medienhaus-mäßig, so ein bisschen. Das weiß ich nicht, was das ist. Also Medienhaus ist so Artikel schreiben, also so gucken, also was sind so Themen, was ist gerade los. Ja, wie ein Magazin vielleicht. Wie ein Magazin. Ich habe mal ein Praktikum gemacht beim Max-Magazin, das ist irgendwann mal reingestampft, da habe ich Otto Walkes kennengelernt und da habe ich zu ihm gesagt, ey Otto, ich habe dich letztens im Fernsehen gesehen und da hat er gesagt, ach du warst da. Das kam aus der Kanone geschossen. Sehr gut, gute Reaktion. Wie habt ihr diese ganzen, also jetzt so egofrei und so weiter, aber wie habt ihr diese ganzen Abgänge, die ihr hattet? Da gibt es die Bandabgänge, also man verstreitet sich oder man kommt nicht mehr zusammen und die anderen sind aber auch die tragischen Abgänge, also der Tod von Sebi, dein früher Mentor Andreas Herbig, Daniel Josefsson, der Fotograf. Das sind ja auch alles tragische Tote gewesen und das ist ja alles so im Umkreis, nah dran und das ist ja auch viel Trauer und heavy, heavy, heavy shit. Also wenn man sich so die Geschichte von euch durchliest, ist auf der einen Seite dieses Remi-Demi, bück dich hoch, Prost, tausend Jahre Bier und dann ist es aber das, wenn man sich die Geschichte anguckt, ist es auch echt so. Ja, da muss man auf sich achten auf jeden Fall, muss man auf sich achten, dass man nicht zu melancholisch wird. Aber wie habt ihr das verarbeitet? Also das eine würde mich interessieren, wie hast du das verarbeitet? Naja, es gab, es gibt ja tatsächlich, war das erstmal am Anfang schwierig mit Sebi, dass ich einen sehr, sehr guten Freund verloren habe und das war auch, das hatte auch mit Deichkind gar nichts zu tun. Ich habe ja mit Sebi zusammen gewohnt, als er gestorben ist nicht mehr, aber ich habe sehr lange mit Sebi zusammen gewohnt und wir hatten sehr viel miteinander zu tun. Wir haben echt engen Kontakt gehabt, wir haben in den Abend davor noch telefoniert und wir haben uns dann auch noch Musik hin und her geschickt und so das, genau. Wie hast du es denn erfahren? Durch seine Frau. Die dich angerufen hat? Genau, genau, die hat mich angerufen. Und das war erstmal persönlich einfach ein unglaublicher Schock und da stand Deichkind auch erstmal nebenan und wie du das auch vorhin gesagt hast, so hast du dir da Sorgen gemacht, ob das jetzt weitergeht mit Deichkind, das gab es dann irgendwie nicht mehr. Es gibt auch einen Teil in mir, der denkt, ich bin vielleicht auch mal ganz froh, wenn ich mal was anderes mache als Deichkind. Wenn mir irgendeinen Schicksalsschlag reinhaut und sagt, es gibt jetzt nie wieder Deichkind, dann gibt es auch einen Teil in mir, der auch ein bisschen erleichtert ist, vielleicht sogar. Aber genau, also das war erstmal gar kein Thema und dann musste man natürlich öffentlich reagieren auch. Ähm, dann haben wir gesagt, wir gucken erstmal, wie es jetzt weitergeht und die Fans waren auch total lieb, so. Das war echt toll, wie die reagiert haben. Ähm, ja, wie verarbeitet man so einen Tod? Keine Ahnung, man ist einfach wahnsinnig traurig und es waren halt wirklich viele, Sebi hatte viele, viele sehr gute Freunde. Das war ein sehr, sehr kommunikativer, geiler Typ einfach. Der, der konnte einfach auch, ähm, der konnte irgendwie Leute um sich scharren und der, Leute mochten gerne in seiner Nähe sein. Und, äh, genau, das hat viele Leute umgehauen und das war auch, das hat man dann auf eine Art auch gemeinsam gemacht. Man, also ich stand gefühlt nicht alleine da. Porky war unglaublich runter und viele, viele Leute in unserem Umfeld. Und wir haben, ja, das, das hat mir eigentlich auch gut getan, dass, das ist, dass ich nicht alleine da stand. So, und dann, wie gesagt, dann ging das, haben wir gesagt, ey, Sebi hätte jetzt, dadurch, dass wir auch sowieso schon so eine andere Fluktuation hatten in der Band, also auch mit Malte weg und Buddy weg, das war dann irgendwie auch so, okay, nee, komm, wurde jetzt erst recht. So. Kann ich, kann ich total verstehen, aber es gibt ja viele, glaube ich, die eigentlich daran zugrunde gegangen wären. Also so auch, ähm, also hast du dich manchmal gefragt, was ist eigentlich los, dass, dass mir die Leute wegrennen? Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber, also, Porky würde jetzt sagen, Kryptik Joe hat einfach stoisch weitergemacht. Und das, das, da habe ich mich da auch so ein bisschen beschützt oder gesagt, so, ich halte mich jetzt daran fest und mache jetzt einfach weiter. Flucht nach vorne. Flucht nach vorne, ich habe, ähm, ich weiß nicht, können wir, glaube ich, erzählen, ich habe dich vor, vor zwei Jahren, glaube ich, mal, habe ich dich besucht. Und, ähm, zu Hause. Und, ähm, was mir so hängen geblieben ist, ähm, ist, ähm, du hast mir dein Studio gezeigt und, und auch, ähm, ähm, deine Werkstatt. Und ich hatte so das Gefühl damals, das weiß ich, wir sind nach Hause gefahren, Stefan und ich, und hab ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob er gerade lieber, nicht lieber irgendwie Baumhäuser baut, statt Beats zu basteln. Also, du hattest eine größte. Das war auch in der Corona-Zeit. Das war in der Corona-Zeit. Ja, 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 klar. Natürlich, das war natürlich existenziell. Es war wirklich so, okay, Eventbranche, das, das ist jetzt hier wirklich krass. Ja. Das kann jetzt hier was anderes werden. Und, das muss ich auch sagen, der erste Lockdown, da waren wir, da hatten wir diese Wahnsinns-Tour hinter uns, die, wirklich die erfolgreichste Tour ever in der Deiching-Geschichte. Und direkt dran geschrammt, den Lockdown. Also, wir waren am 7. März von der Bühne runter und, ich glaube, am 13. März war es dicht. Echt eine Woche später war alles dicht. Und deswegen waren wir so finanziell erst mal, okay, alles cool so. Und wir haben da draußen ein Haus mit Garten und wir haben dann gesagt, ey, komm, jetzt kuscheln wir uns hier jetzt ein und dann ist erst mal, sind wir erst mal safe. Und dann hat sich das aber auch so irgendwann doof angefühlt. Das war so, wir waren dann, da ging es so um so Systemrelevanz. Weißt du, so mit so Ärzte und Polizei und da habe ich mich so irrelevant gefühlt. Und das war so, ich dachte, okay, was hast du denn die ganze Zeit gemacht und was machst du jetzt? Das interessiert niemanden mehr jetzt, dieser Auftritt ist jetzt weg. Und da bin ich so ein bisschen drauf gekommen zu sagen, okay, ich arbeite jetzt mit Holz. Ich hole mir jetzt eine Festool-Tauchsäge und... Du hast eine richtig ordentliche Werkstatt am Start auf jeden Fall. Ja. Also doch, also fand ich, also war auf jeden Fall eine... Ich hatte Bock auf jeden Fall. Ja. Und wie hast du dann zurückgefunden zur Musik? Ich glaube, wir haben, das war auch, das waren, wir haben dann angefangen, so Skypes zu machen, die dann auch relativ regelmäßig waren. Und wir haben uns, wir haben uns, wir haben uns am Riemen gerissen, ehrlich gesagt. Da haben wir gedacht, was, was machen wir, was, was ist jetzt das Beste, machen wir jetzt, jeder geht jetzt seinen Weg oder... Könnte es sein können? Ja, nee, also ich, ich habe natürlich auch mal, wir haben gesagt, okay, jetzt machen wir jetzt eine, machen wir jetzt eine Serie oder sowas. Wir schreiben jetzt ein Drehbuch und... Würde ich euch zutrauen. Ja, aber das war dann auch, dann hat Henni auch gesagt, nee, das ist irgendwie, das ist jetzt anderthalb Jahre Arbeit und eigentlich ehrlich gesagt, lass es mal jetzt Schusterblabber dann leisten und lass uns jetzt mal kühlen Kopf bewahren und wir können nicht auftreten, aber wir können jetzt eine Platte machen. Und das, und wir hatten Zeit und es war Musik und das war neu auch, wir mussten erst mal über Skype das machen und dann konnte man auch irgendwann, konnte man sich wieder richtig treffen. Und wir sind dann ja auch viel rumgereist, zu den Drunken Masters nach München und zu Clueso nach Erfurt und zu Dexter nach Stuttgart und das fand ich schön, dann wieder unter Leuten zu sein und mit denen Musik zu machen und da, da einfach abzuflashen. Da habe ich gespürt, ja, es ist, es macht auch Spaß, Musik zu machen. Gott sei Dank. Und jetzt ist ja Deichkind, wenn wir uns diese drei Phasen angucken, es ist ja so diese Hip-Hop-Phase, diese zweite, die Freiheitsphase, dann die Professionalisierungsphase, diese wird zur Marke. Was würdest du sagen, wo seid ihr jetzt gerade? Also was ist jetzt das, was jetzt als nächstes, vielleicht die vierte Phase oder vielleicht seid ihr schon drin und ich habe es noch nicht erkannt? Naja, rein wirtschaftlich sind wir erst mal, okay, wir müssen jetzt auch den Laden rocken, das muss jetzt weitergehen, aber ich merke… Also Geschäftsführer sagt, wir müssen… Genau, wir müssen das Merch-T-Shirt, das muss schon schwarz sein und da muss dann auch dann die Tour-Dates draufstehen. Also pragmatisch. Pragmatisch. Pragmatischer Geschäftsführer. Aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass wir diesen Band-Konsens getroffen haben, also wirklich an diesem Beispiel mit in der Natur. Ja. Ich fand das einen sehr guten Schritt, das war sehr mutig, aber es war wichtig, dass wir was veröffentlichen, was wir nicht marktkonform machen oder mainstreamig, sondern was wir gut waren, wo wir eine gute Zeit hatten und wo wir uns connected gefühlt haben. Also Porky und ich auch und dann später auch Henning mit dem Video, der auch sehr viel Herzblut da reingesteckt hat und der auch sehr zufrieden ist mit dem Ergebnis. Und dass wir drei sagen, yes, das war für uns gut, das war für uns gut und das ist, das finde ich, das spüre ich jetzt ein bisschen neu als dieses bam, 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 es muss jetzt weiter, weiter, weiter und das muss jetzt hier besprochen werden und das muss erfolgreich sein und so weiter, sondern, nee, es muss sich für uns gut anfühlen. Das heißt, da gibt es so eine neue quasi Strübung. Ich merke das auch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, wir haben auch zum Beispiel noch so eine andere Single gemacht, die hieß Kids in meinem Alter, ein unglaublich störrisches Gerät, aber ich fühle mich darin, so fühle ich mich, das ist, also diese, dieser Inhalt, der darin stattfindet und diese Bilder, die darin vorkommen, die wir mit Geryl und Klug zusammen geschrieben haben, das ist einfach, wo ich sage, das stimmt. Das ist, da renne ich auch keinem Trend hinterher und da bin ich auch nicht, versuche ich jetzt in die Spotify Streaming Playliste zu kommen, sondern das fühle ich so und das ist, das ist jetzt, das könnt ihr euch anhören und ich glaube auch, ich merke das auch bei den Reaktionen, es ist zwar nicht so viel Streaming, aber ich merke, dass viele Leute sagen, alter, heftig. Ja, für mich ist das, ich hatte das auf dem, ich weiß nicht welches Album das war, gab es einen Song, der hieß Elefant und Porzellan, das war so ein Song, wo ich dachte, das ist irgendwie Philipp, habe ich so das Gefühl zumindest oder beziehungsweise ein, weil ich mich, ne, dieses wie viel Philipp, den, den ich irgendwie vielleicht mal so kennengelernt habe, wie viel ist denn da eigentlich in der Musik drin versus, wir sind eine Redaktion und wir machen, stellen Inhalt her und ich hatte das auch bei Kids in meinem Alter, habe ich auch das Gefühl gehabt, das ist, das ist Philipp, also das ist der. Ja gut, das ist natürlich auch, ich bin auch der Einzige, der darauf beformt. Ja, aber auch so der Inhalt, also der wirkt nicht. Es ist auch, es ist ein richtiger Gerion Klug auch. Ja, also doch nicht der Philipp. Doch, ich habe es, ich habe es ja mit ihm zusammengeschrieben. Wir hatten da eine super Zeit einfach, als wir diese Liste runtergeschrieben haben. Das hat einfach wirklich, wirklich wahnsinnigen Spaß gemacht. Was ich darin höre, ist so diese Ambivalenz, das einerseits, das andererseits. Auch man selber, also man, ich bin, ich beschreibe mich selber, aber auch das, was ich bei anderen beobachte. Das, das ist auch das, was, was, was ich häufig auch in Interviews mitbekomme. Das ist, das Deichen eine sehr, keine wertende Band ist, sondern was, was Beobachtendes. Also man, man, man guckt einfach nur, wie, wie es, wie es eigentlich aussieht und das präsentieren wir so, wie wir uns ausdrücken und das ist, das ist das dann. Also das heißt, da gibt es quasi jetzt eine neue Strömung. Die eine Strömung, die sagt, naja, wir müssen auf der einen Seite schwarze T-Shirts, wir müssen auch Kohle verdienen, aber die andere, diese künstlerische, wir bedienen das nicht mehr so dolle, wie wir es vielleicht früher bedient haben, in der, in den zwei Alpen davor, wo es ja mit leider geil und wo es ja wirklich auf die zwölf und bück dich hoch. Das sind ja Sachen, die gefühlt zumindest sehr. Ja, wobei man natürlich auch das einfach nie weiß. Also ich glaube auch so, leider geil ist auch eine Nummer, die war gar nicht jetzt darauf auszusagen, das wird jetzt ein Hit. Das wussten wir nicht. Was ist eure größte Herausforderung gerade, würdest du sagen? Texte auswendig lernen für live. Vor allen Dingen Kids in meinem Alter. Und darüber hinaus? Was ist die größte Herausforderung? Ja, eigentlich jetzt, ich bin, ich weiß es gar nicht, was jetzt meine Herausforderung ist. Ich fühle mich in einem, ich fühle mich in einem guten, ich fühle mich bequem in einem guten Konstrukt gerade. Ich kann das, das kann ich gar nicht sagen. Also sehr piecig, hört sich das an. Ja. Ach, wie schön. Ja. Voll geil. Kannst du dir vorstellen, dass es nochmal so etwas wie eine Neuerfindung gibt? Also so einen harten Cut, wie es den zwischen Phase 1 und Phase 2 gegeben hat? Ja, kann ich mir vorstellen. Aber das kann ich noch gar nicht so richtig ausdrücken, was das sein soll oder so. Aber ich kann es mir vorstellen. Und du hattest ja einen ganz wichtigen Mentor, wir haben das erst schon ganz am Anfang gesagt, Andreas Herbig, der für dich ja total wichtig war. Hast du mit dem eigentlich mal zusammengearbeitet? Ja, wir haben mit dem auch produziert. Ah, okay, deswegen kam der so häufig vor, weil das ist interessant. Was habt ihr denn mit dem gemacht? Wir haben, unser letztes Album im Teilen hat der uns geholfen und der hat uns auch so ein bisschen auf so einen neuen Weg so ein bisschen mitgeführt. Ja. War dann aber natürlich auch in der Art und Weise des Umgangs für uns voll krass. Ja, für jeden, für jeden. Und auch sehr viel Drogen und Sucht und so weiter. Und das war dann irgendwann sehr heftig auch für uns, so zu merken, so wie gehen wir damit um? Ich habe den dann irgendwann mal wieder gesehen, der hat mich so auf so einer Goldverleihung von Andreas Burrani total beleidigt. Und das war so ganz, wie gehe ich jetzt damit um? Keine Ahnung. Aber das war weird dann irgendwann. Ja, der hatte das irgendwie nicht so unter Kontrolle so richtig. Ja, und ich habe es so, ja, also auch in der Vorbereitung auf das Gespräch eben auch gedacht, ja, es ist auf der einen Seite, es ist super tragisch. Auf der anderen Seite ist diese Pop oder diese Musikwelt, diese Kunstwelt, die, also Dani Jusufsson zum Beispiel auch. Ich habe den nie wirklich kennengelernt, aber das sind ja so extreme Charaktere. Und ich glaube, dass so extrem. Ja, wir sind zum Fotoshooting gekommen, wo es, wo, was, was machen wir denn jetzt so? Ja, stellt euch, zieht euch mal nackt aus und stellt euch mal da in die Ecke. Wir so, äh, nee. Ja, aber das ist, ich glaube, auch so geordnet, dass es ja auch ist und auch so Streams und Spotify und all das. Ich finde auch, dass es so, ja, so, es muss in der Kunst auch Charaktere geben dürfen, die, äh, ich weiß noch, dass ich so auf Andreas irgendwann total sauer war, also auf Herbig. Und ich dachte, Mann, wie kann man so unzuverlässig sein? Ich kenne die, ich kenne die ganzen Geschichten. Ich, ich kann, ich kann das aber, also für mich war, ich, ohne Andreas Herbig wäre ich ganz woanders. Ja. Ohne, ohne ihn wäre ich, wäre ich ganz woanders. Ich hätte jetzt, ich wäre wahrscheinlich Jurist oder irgendwas anderes, was ganz anderes. Ich glaube, dann wäre weiterhin Musik mein Hobby geblieben. Und das, das rechne ich ihm eigentlich total hoch an. Nee, ich glaube auch, dass, also das, ich meine da sehr, sehr versöhnlich, sondern, weil das, ich glaube, es braucht auch in dieser, äh, Systemrelevanz, darüber haben wir ja auch ganz gesprochen. Es braucht Charaktere, die drüber sind, die, äh, die Schlingensiefs dieser Welt, die irgendwie nicht einordbar sind, die so ein bisschen. Ich konnte das, ich konnte das, in der Zeit, als ich studiert habe, da konnte ich mir das einfach überhaupt nicht vorstellen, das beruflich zum, oder als Karriere zu machen, oder als, dass ich damit mein, dass ich, dass ich das mache einfach, das war, das war, also meine Eltern waren jetzt nicht streng und haben gesagt, du musst das jetzt machen oder so, oder, oder, nee, das, 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 dann, dann schmeiß mir dich raus. Überhaupt nicht, die wussten das auch, also die waren, waren da eigentlich relativ frei mit mir. Ähm, und bei ihm habe ich das erste Mal gemerkt, okay, ja, du kannst ja, du kannst ja, du kannst ja wirklich eine goldene Schallplatte machen, oder du kannst wirklich was produzieren, was, was groß ist, was, was tausend Leute hören, und, und das, der hat das, der hat das nie, der hat immer an diesen Traum geglaubt. Ja, und das, das habe ich, das habe ich mitgenommen von ihm. Der hat, der hat wirklich das ganz klar gesehen, ähm, es gibt Künstler, die sind, die, die machen das einfach, und die muss man einfach in die Hand nehmen und, und, ähm, den, die motivieren und den Weg zeigen. Ich weiß noch, wie er, wie gesagt, wie er mir eine SP-1200 hingestellt hat oder mit mir in irgendwelche Plattenläden gegangen ist und gesagt hat, hier, guck mal, die haben das so und so gemacht und die haben das so und so gemacht und dann in das, in Boogie Park Studio wart ihr wahrscheinlich auch dann, das war ja richtig mit so einer SSL-Konsole und 24-Bandmaschine und voll professionell, auch so mit Plattenfirmen und, und ich hätte das ja früher gar nicht geschnallt, damals gab es ja kein Internet oder dass dir das irgendjemand gesagt hat, wo man, wem man hingeht. Und, wo, wie man das alles macht. Was würdest du, jetzt spielt er im Sommer auch so ein bisschen Festivals, glaube ich, ne? Auf jeden Fall, ja. Und wenn jetzt so eine, Ein bisschen ist gut. Ein bisschen ist gut. Die schwarzen T-Shirts mit den Tourtaten müssen verkauft werden. Wenn jetzt, keine Ahnung, ein junger, junger Act vor dir stehen würde, so wie wir uns damals vielleicht kennengelernt haben, 2, 3, 2, 4, und sagt, oh, Philipp, was kannst du mir mit auf den Weg geben? Was würdest du, was gibst du jungen Musiker, Musikerinnen mit auf den Weg? Kauf Apple-Aktien. Jetzt! Nee, ähm, ich hab das manchmal, ich hab jetzt auch einen Nachbarn von uns aus Pankow damals, die haben auch eine Band gegründet, die, die, die beiden Brüder von, von denen tolle Musik gemacht. Ich find's aber spannend, mich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen. Ich mag das auch gerne, denen das weiterzugeben, was, was ich, was, was die von mir wissen wollen. Also ich find's, find's immer spannend, mich mit denen, der ruft mich immer so alle halbe Jahre mal an und, und dann telefonieren wir anderthalb Stunden und er fragt mich aus, was, wie man, keine Ahnung, er hat irgendwelche Verträge, Verlagsvertrag oder, oder, oder Lizenz, wie viele Lizenzen, wie viel Vorschuss und GEMA-Anmeldung und so weiter. Und ich weiß da ja wahnsinnig viel drüber. Also ich, ich hab ja, ich hab ja die ganzen Erfahrungen gemacht und das, ja, was würde ich, ja, was, was würde ich denen mitgeben? Ich find's, glaub ich, wichtig, wirklich, ähm, das Wichtigste ist, dass, dass man nicht den Faden verliert und bei sich bleibt und an sich glaubt und, ähm, Freude an der Sache hat und die Freude nicht verliert, die Leichtigkeit nicht verliert, ähm, und auch, Ja. Und wie bleibst du so gelassen, wie du jetzt hier so sitzt, wie bleibt der, der, äh, Grütering so stoisch und, und gelassen? Der stoische Grütering. Einfach durchhalten. Einfach durchhalten? Einfach durchhalten. Aber du musst auch irgendwas, also, was machst du? Ja, es ist, dieses, dieses Freude an der Musik zu behalten, das, das verliere ich manchmal. Das meine ich auch erst mit dem, mit der Werkstatt. Genau, genau, das verliere ich manchmal. Und ich weiß einfach, dass ich diesen Funken damals hatte und ich, ich weigere mich, den zu verlieren und ich arbeite daran, Musik machen ist einfach was, ein riesen weites Feld und du kannst sehr viel machen, du kannst mit sehr vielen Leuten zusammenkommen und das hält mich auch aufrecht. Das heißt, du gehst auch aktiv raus und, 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 also, du musst ja irgendwas machen. Ja, 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 klar, logisch. Du musst rausgehen. Du musst, du musst rausgehen. Du musst Sachen machen und dich mit Leuten zusammen connecten, sonst, 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 da kümmerst du zu Hause. Also, und hast du manchmal dieses, noch dieses, ich möchte gesehen werden für das? Also, wir haben ganz am Anfang, als wir angefangen haben, da ging es um diese, um Kritiken oder auch um Feedback zu kriegen, aber das habe ich erst ja schon so im Nebensatz gesagt, dieses, ich habe so das Gefühl, dass ihr so egofrei und, 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 und als Künstler eigentlich so, du wirst nicht erkannt, glaube ich, groß auf der Straße und so, weil das ist einfach so eine, es gibt es eigentlich kaum. Also, es gibt kaum in Deutschland so eine große Band wie das Deichkind ist und die Leute verschwinden dahinter total. Aber Künstler wollen ja auch manchmal gesehen werden. Ja, klar. Also, ich freue mich auch, wenn ich in der Straßenbahn erkannt werde und mich, was machst du, fährst du in der Straßenbahn? Das finde ich immer einen tollen Moment. Und klar habe ich auch ein Ego. Klar will ich auch Resonanz mitkriegen und das, ich glaube, das ist auch menschlich. Wir haben, wir haben es, also, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt so ein Cryptic Joe Album machen, das ist eben die Frage, wofür mache ich das jetzt, um, um da eine Bestätigung zu bekommen oder weil ich wirklich Fun dran habe, das zu machen? Und ich glaube, es geht eigentlich nur, wenn du glücklich da drin sein willst, geht das nur, wenn du wirklich das machst, weil du Pfand da dran hast und nicht, weil du dann nach suchst, nach Anerkennung. Sondern Spaß in dieser Sache selbst zu haben. Aber das, wie gesagt, es kommt auch in meinem Gehirn vor, wenn ich im Studio sitze, dass ich das innerlich schon bewerte, was ich mache. Dass ich sage, ist das jetzt gut oder ist das, macht das jetzt Sinn? Und das gibt es natürlich auch. Also die, also der künstlerische Zweifel. Genau, genau. Ob das jetzt cool ist oder ob das jetzt gehört wird oder ob das jetzt was bringt oder anstatt zu sagen, mir macht das jetzt Spaß hier. Welche Rolle spielt Zeitgeist für dich? Also ich meine, Remi Demi ging mit MySpace los. Ja, manchmal zu viel, manchmal zu viel, dann höre ich mir Sachen an von jungen Künstlern oder auch von Gorillaz oder sowas und höre ich das nicht. Ach cool, so müsste das eigentlich mal klingen irgendwie. Aber das nehme ich wahrscheinlich dann irgendwie unterbewusst mit auf und so bin ich eben nicht. Ich bin eben so, wie Kryptik Joe ist oder wie Deichkind ist. So bin ich und nicht wie Quam E oder Gorillaz oder so oder neue Sachen, die jetzt gerade gestreamt werden. Wo kommt der Name Kryptik Joe her? Von Porky, der hat mir den gegeben. Warum? Weil ich ein kryptischer Typ bin. Ja, das könnte, das könnte vielleicht die Antwort darauf sein. Sehr gut. Und Joe? Hat er einfach? Ja, einfach Joe. Ja. Das, ja, das kann man was. Joe, das ist ein gutes Rap-Wort. Ja, ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende, fürs Ende, wenn du noch kannst. Was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst, außer Texte? Wieder Gitarre tatsächlich. Ich habe mich wieder an die Gitarre gemacht. Das macht mir Spaß. Ich habe sonst immer auf meiner Akustik-Gitarre gespielt und jetzt habe ich eine, auf einer E-Gitarre spiele ich jetzt gerade so. Und spielst du Sachen nach oder was? Ja, ich spiele Sachen nach, so Steve Lacey und Mac DeMarco und sowas. Ach, wie schön. Ja, ich, also genau, ich gniedle das so nach. Ihr habt ja zu Hause eine relativ umfassende Bibliothek. Ja. Also ich fand, ihr habt viele Bücher. Ja, also wir lesen auch gerne tatsächlich. In Phasen. Ich habe so Lesephasen und manchmal hasse ich lesen, aber manchmal verschlinge ich auch Bücher. Was würdest du nach diesem Gespräch den Zuhörenden empfehlen? Was sollten sie lesen? Was ist ein Buch, was dich… Also ich würde jetzt gerne das neue Buch von Rick Rubin, würde ich gerne jetzt mir mal zu Herzen nehmen oder wie sagt man… Zu Gemüte führen. Zu Gemüte führen. Hast du, hast du noch nicht gelesen? Nee. Ja, ich finde es sehr, sehr gut. Da geht es ganz viel um, ich habe auch ein paar Mal an euch gedacht, lustigerweise. Ja? Ja, weil es um ein großer, großer Gedanke in diesem Buch ist, Kollektivität, dass eigentlich… Die Idee wichtig ist und nicht der Typ, der eine Ego oder… Er sagt im Grunde, dass alles sowieso von außen kommt. Also jeder Künstler, jede Künstlerin, alles was du kreierst, ist sowieso im Kollektiv entstanden, weil du beeinflusst worden bist. Du bist durch andere Musik beeinflusst worden, durch andere Kunst, durch Gespräche mit anderen. Das heißt, ist sowieso, alles was du machst, ist sowieso kollektiv. Und deswegen sollte man sich eben verabschieden von ich habe das gemacht, das ist mein Song, das ist mein Text, sondern… Können wir auch einen ganzen Podcast mitmachen, mit Urheber und Gott und… Urheber und Gott? Naja, das, also früher hat man ja gesagt, klassische Musiker haben gesagt, das, was sie sich ausgedacht haben, jetzt Bach oder so, das ist Gott gegeben. Und im Endeffekt, also ich bin überhaupt nicht Gott, glaube ich, wie ein Atheist, aber so ein bisschen denke ich das auch. Das ist nicht von mir, das ist… Also das, leider geil zum Beispiel, das habe ich nicht konzipiert, das ist einfach, eigentlich ist es passiert, durch äußeren Einfluss und durch einfach kontinuierlichem Schaffen. Und das finde ich dann, da kommt man dann auch so, ich bin auch gerne GEMA-Mitglied und bin auch, habe gerne meine Schäfchen im Trockenen damit sozusagen. Aber eigentlich denke ich auch nicht, das ist jetzt von mir und das ist jetzt meins, das habe ich geschrieben und das ist jetzt mein Recht. Ist nicht so einfach. Ja, ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, dass das ganz… Also gerade jetzt auch mit AI und mit Journey, ChatGPT und diese ganzen Sachen, wie krass das jetzt eigentlich wird auch. Was denkst du darüber? Ja, ich, also Zwiegelspalten, aber eigentlich sehe ich es momentan eher als ein gutes Tool. Also ich finde es spannend, ehrlich gesagt. Ich bin da nicht so ängstlich. Hast du damit rumprobiert schon? Ja, auf jeden Fall. Ist, genau. Man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen und ein bisschen reingehen in die Prompts. Aber dann wird es echt auch der Wahnsinn. Ja, ich finde es interessant und das sagte auch Ruben, dass man es ja eigentlich so nehmen sollte wie Sampling früher. Also dass man sich früher Platten angeguckt hat nach irgendwie Sachen, sind die sampelbar oder nicht? Und dass man sich jetzt sozusagen Sachen geben lassen könnte von der künstlichen Intelligenz und gucken könnte, ist das etwas, was ich verwenden kann? Und ob man das jetzt früher sich quasi einen Gitarren-Soli genommen hat von irgendjemandem und daraus irgendwas gedreht hat oder von der künstlichen Intelligenz. Es ist eigentlich, sich hundert Sachen anhören und daraus wieder was entwickeln lassen. Und ob es jetzt dein Kumpel Micha ist, der dir was irgendwie sagt oder die künstliche Intelligenz eigentlich ist es. Also ich glaube jetzt so mittelfristig werden erstmal wahnsinnig tolle Sachen entstehen. Was so langfristig, keine Ahnung, ob das jetzt zum Weltuntergang führt oder das Maschinen übernehmen. Aber mittelfristig finde ich es jetzt erstmal spannend. Und was die Zivilisation damit macht, das ist uns überlassen. Der Stoiker steht einfach jeden Morgen auf und sagt, weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Weiter geht's. Und die letzte Frage, ich habe eine große Plakate an einem Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner, Berlinerinnen drauf zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf? Das musst du entscheiden. Hast du irgendwo eine Stelle gehabt, wo du laut gelacht hast oder so? Nee, das muss jetzt nicht mit dem Gespräch. Also du kannst auch etwas, wo du sagst, das ist eine Zeile. Also das muss jetzt nicht aus diesem Gespräch heraus sein. Sowas finde ich doof. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Du wirst der Zweite, der ist nicht. Hallo, mein Name ist Kryptik Joe. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich mir das nochmal überlegen? Ja. Ja, ich muss da nochmal überlegen. Denkst du einfach nochmal drüber? Wir bleiben in Kontakt. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich so ein paar Fragen, die im privaten Orkut wären, im Podcast stellen durfte. Super, cool. Danke. 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 Das war Philipp Grütering von Deichkenn. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Was ich auf jeden Fall faszinierend fand, dass sie diesen beiden Strömungen, also Kapitalo und Dinkel, dass sie das so zelebrieren, dass sie sich eben nicht gleich machen, dass sie nicht versuchen, auf einen gleichen gemeinsamen Nenner zu kommen unbedingt, sondern dass sie diese beiden Strömungen beibehalten und eigentlich in der Reibung Deichkenn entsteht. Das finde ich faszinierend. Und ich glaube, wenn man sich fragt, wie sie das schaffen, so besonders zu sein, dann liegt genau darin die Antwort. Ich möchte mich bedanken natürlich bei Philipp, aber auch bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, bei Lena Rochol für die redaktionelle Unterstützung und bei Jan Köppen und Andi Finz für die Musik. Ich wünsche uns ja wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, euer Matze. Bis dahin, euer Matze.